willkommen zurück im obergenau ich hoffe es hat geschmeckt nach 21 tagen fasten freut sich aufs frühstück morgen amen amen schön dass du da bist cross over 2019 2020 haben aber es ist etwas vorbei etwas wird vorbei sein und wenn du vielleicht das erste mal heute da bist und du dich vielleicht fragst wo ist der wille gottes oder was ist der wille gottes für mein leben hebräer 10 9 jesus sagte ich bin gekommen um deinen will zu tun und dann sagt er was ist der wille gottes ich werde das alte niederreißung das neue aufbauen ich werde haben das alte das alte wird abgebaut werden das alte jesus ist gekommen um das alte zu zerreißen um das alte in dir abzubauen in jesu namen amen und das neue das neue das kainos aufzubauen kainos kainos die schönste bedeutung von dem wort kainos von griechischen neu bedeutet dass stärker ist als das alte amen es ist stärker als das alte das neue wird über das alte ist dieser cross over amen das alte wird für dich heute wird für dich heute ein ende finden und wir gehen wir haben es am samstag gemerkt wir gehen in eine vollkommen neue dimension in eine vollkommen neue dimension etwas was noch nie da gewesen ist kein los etwas was noch nie da gewesen ist es ist keine revolution von irgendetwas sondern es ist etwas vollkommen neues was vollkommen und so wie wir gesagt haben die ellen hat es dann gebetet diese grenzenlosen möglichkeiten die dir zur verfügung stehen in jesus christus amen diese grenzenlosen möglichkeiten die du hast in jesus christus sag ich habe grenzenlose möglichkeiten ich habe grenzenlose möglichkeiten die grenzenlosen möglichkeiten wohnen in mir in jesu namen in mir in jesu namen in mir ich habe keine grenze der einzige grenze die grenzenlose setzen kannst ist dein eigener verstand amen sein eigener verstand aber der ist 2019 wir gehen 2020 wir gehen in 2020 lasst deinen verstand 2019 und du gehst mit deinem geist in 2020 amen amen und in habergook 2 14 steht drinnen die der wille gottes der wille gottes ist dass die gesamte erde die herrlichkeit gottes sieht und erkennt wir sind eine herrlichkeitsbewegung amen wir sind eine herrlichkeitsbewegung darum lass dich fallen in diesen fluss der herrlichkeit lass dich fluss gehen in diesen fluss rein reinfallen lass dich fallen in diesen fluss erklärt in diesem fluss dieologisch versuche ich bin nicht verstandesmäßig in mir zu erklären sondern lass dich fallen lass dich fallen fallen in dieses wort kainos in dieses neue in diese neue schöpfung die in dir ist amen sie kommt mehr und mehr 2020 ist die zeit alles was gott geschaffen hat erste moser 1 bis 1 17 alles was gott geschaffen jede materie inklusive der zeit wird dir unterliegen amen wird dir unterliegen du wirst herrschen über die zeit du wirst herrschen über jede materie du wirst herrschen über zeit materie und über alles was was wieder aufgerichtet wird was wieder aufgerichtet wird ist die königschaft die priesterschaft nach melchisedeck du bist könig und priester amen du bist könig und priester und wir werden in das reich der himmel mein lieblingsvers mittlerweile das war der einstieg der predigt am samstag lukas 11 20 wenn ich mit dem mit dem finger gottes diesen dämon australien matthias evangelische mit dem heiligen geist diesen dämon australien so ist also das reich der himmel da amen das reich der himmel ist jetzt da ist jetzt da amen ist jetzt da also lass dich fallen in dieses reich lass dich fallen in diesen fluss und lass dich fallen in dieses wort kainos dass du eine neue schöpfung bist amen amen 1 Halleluja. Halleluja. Danke, Herr, wir kommen in Einheit, um dich anzuloben und dich zu preisen, dich anzubeten, Herr. Wir kommen in Einheit, wir kommen in Einheit zu dir heute. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr, dass wir heute hier zusammen sind, dass wir heute kommen, Herr, in Einheit. Halleluja. Zu dir, Herr, eine Begegnung haben mit dir heute. Halleluja. Erhebe deine Stimme. Erhebe deine Stimme zu deinem Gott. Halleluja. Halleluja. Wir erheben dich, Jesus. Wir schauen auf dich, Jesus. Halleluja. Erhebe deine Stimme. Erhebe deinen Gott. Halleluja. Halleluja. Erhebe deine Stimme. Erhebe deinen Gott. Halleluja. Ye affreben mich, Jesus. Jesus. Halleluja. Halleluja 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 Komm heute zu deinem Gott, tritt ein in deine Gegenwart, tritt ein in deine Gegenwart, jetzt, 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 Halleluja 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 Jeschua Jeschua Wir treten ein neues Wir treten ein neues Ich trete ein neues Ich trete ein neues Halleluja Eine neue Zeit Eine neue Zeit Ein neuer Raum Ein neuer Raum des Geistes Ein neuer Raum des Geistes Offenbart sich heute Halleluja 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 Ein neuer Raum des Geistes Halleluja 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 Jeshua Halleluja Jeshua Halleluja Jeshua Halleluja Jeshua Halleluja Jeshua Tritt ein in den Raum des Geistes Tritt ein in den Raum des Geistes Halleluja Jeshua Halleluja Jeshua Halleluja Jeshua Ich tritt ein in den Raum des Geistes Halleluja Jeshua Halleluja Jeshua Halleluja Jeshua Und mit einer Stimme den Herrn freist. Alleluia, Yeshua! Halleluia, Yeshua! Halleluia, Yeshua! Halleluia, Yeshua! Halleluia, Yeshua! Halleluia, Yeshua! Halleluia, Yeshua! Wir preisen den Herrn! Halleluia, Yeshua! Wir heben unseren Gott! Halleluia, Yeshua! Wir schauen auf ihn heute! Halleluia, Yeshua! 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 Auf Wiedersehen! Der Herr hat uns berufen zu siegen, wir werden nicht länger am Boden liegen, denn er gab uns Stärke und Macht. Wir nehmen dieses Land für ihn ein und nichts wird uns unmöglich sein, denn er gab uns Stärke und Macht. Der Herr hat uns berufen zu siegen, wir werden nicht länger am Boden liegen, denn er gab uns Stärke und Macht. Wir nehmen dieses Land für ihn ein und nichts wird uns unmöglich sein, denn er gab uns Stärke und Macht. Der Herr hat uns berufen, der Herr hat uns berufen zu siegen, wir werden nicht länger am Boden liegen, denn er gab uns Stärke und Macht. Wir nehmen dieses Land für ihn ein und nichts wird uns unmöglich sein, denn er gab uns Stärke und Macht. Wir tanzen! 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 Und nichts wird uns unmöglich sein, denn er gab uns Stärke und Macht. Der Herr hat uns gerufen zu siegen, wir werden nicht länger am Boden liegen ernähren, gab uns Stärke und Macht. Wir nehmen dieses Land für hinein und nichts wird uns unmöglich sein, wenn er gab uns Stärke und Macht. Wir tanzen auf dem Haupt unserer Beine, stellen bloß die Werke der Festernis, es erhitzt die siegreiche Gemeinde und die Welt, wir sehen, wer Jesus ist. Wir tanzen auf dem Haupt unserer Beine, stellen bloß die Werke der Festernis, es erhebt sich die siegreiche Gemeinde und die Welt, wir sehen, wer Jesus ist. Wir tanzen auf dem Haupt unserer Beine, stellen bloß die Werke der Festernis, es erhitzt die siegreiche Gemeinde und die Welt, wir sehen, wer Jesus ist. Und die Welt wird sehen, wer Jesus ist. Ja, die Welt wird sehen, wer Jesus ist. Ja, die Welt wird sehen, wer Jesus ist. 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 Ich tanzen auf dem Haupt unserer Beine, stellen bloß die Werke der Festernis, es erhitzt sich die siegreiche Gemeinde und die Welt, wir sehen, wer Jesus ist. Und die Welt wird sehen, wer Jesus ist. Ja, 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 die Welt wird sehen, wer Jesus ist. Gab uns Stärke und Macht Wir nehmen dieses Land für ihn ein Und nichts wird uns unmöglich sein, denn er Gab uns Stärke und Macht Halleluja! Wir nehmen ein Wir nehmen dieses Land für ihn ein Und nichts wird uns unmöglich sein, denn er Gab uns Stärke und Macht Wir nehmen dieses Land für ihn ein Und nichts wird uns unmöglich sein, denn er Gab uns Stärke und Macht Wir tanzen! Wir tanzen auf dem Haus Unsere Beine Denn im Blut Stellen bloß die Werke der Fensternis Es erhebt sich die siegreiche Gemeinde Und die Welt wird sehen, wer Jesus ist Und die Welt wird sehen, wer Jesus ist Es erhebt sich die siegreiche Gemeinde Es erhebt sich die siegreiche Gemeinde Und die Welt wird sehen, wer Jesus ist Es erhebt sich die siegreiche Gemeinde Und die Welt wird sehen, wer Jesus ist Es erhebt sich die siegreiche Gemeinde 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 Und die Welt wird sehen, wer Jesus ist Halleluja! Die Welt wird sehen, wer Jesus ist Halleluja! Halleluja! Halleluja Halleluja Jedes Knie wird sich folgen Jede Zunge wird bekennen Dass er der Herr ist Halleluja 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 Der Geist sieht übers Land Der Geist sieht übers Land Der Geist sieht übers Land Über Hügel, über Weckwässer, über Flüsse, über Teller Der Geist sieht übers Land Der Geist sieht übers Land Über Häuser, über Straßen Der Geist, der Geist, der Geist sieht übers Land Halleluja 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 Der Geist sieht übers Land Er beckut Der Geist sieht übers Land Er beckut Der Geist sieht übers Land Erbeckung Der Geist sieht was langt Erbeckung Der Geist sieht was langt Erbeckung Öffne deine Augen Der Geist sieht was langt Erbeckung Erweckung, der Geist sieht was langt, der Geist sieht was langt, Erweckung, der Geist, der Geist gibt sich aus über alles gleich. Unsere Söhne und Töchter bei sagen, Träume und Visionen sehen, Wunderzeichen am Himmel und auch werden geschehen, geschehen, geschehen. Ich werde sie sehen, ich werde sie sehen, streck dich aus, streck dich aus, ich werde sie sehen, Wunderzeichen am Himmel und auch werden geschehen. Ich werde sie sehen, ich werde sie sehen, ich werde sie sehen. Halleluja! Die Feuer! Die Feuer und die Balkenseile Die Feuer und die Balkenseile Die Feuer und die Balkenseile Die Herrlichkeit Gottes nimmt zu Die Feuer und die Balkenseile Die Feuer und die Balkenseile Die Feuer und die Balkenseile Die Herrlichkeit Gottes nimmt zu Der Geist, der Geist sieht was langt, der Geist sieht was langt, Erweckung Der Geist sieht was langt, Erweckung Der Geist sieht was langt, der Geist sieht was langt, Erweckung Der Geist sieht was langt, Erweckung Der Geist, der Geist sieht was langt, Erweckung Der Geist sieht was langt, Erweckung Ich werde sie sehen, streck dich aus, streck dich aus Ich werde heute sehen, ich werde heute sehen Ich streck dich aus, ich freck mich aus Ich werde heute sehen Ich werde heute sehen Schreck dich aus Wir trennen neue Räume Erbackung 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 Ich werde sehen Ich werde sehen Meine Augen sind geöffnet Ich sehe Ich sehe Ich sehe Mit geöffnet Augen Ich sehe Erbackung 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 Ich sehe Erbackung Erbackung Ich sehe Ich sehe Ich sehe Erbackung Ich sehe Ich sehe Erbackung 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 Ich streck mich aus, die Feuer und die Wolkenseile, die Feuer und die Wolkenseile, die Feuer und die Wolkenseile, die Herrlichkeit Gottes nimmt zu. Die Feuer und die Wolkenseile, die Feuer und die Wolkenseile, die Herrlichkeit Gottes nimmt zu. Die Feuer und die Wolkenseile, die Feuer und die Wolkenseile, die Herrlichkeit Gottes nimmt zu. Der Geist, der Geist sieht übers Land, der Geist sieht übers Land, der Geist sieht übers Land, er will kommen. Der Geist sieht übers Land, der Geist sieht übers Land, er will kommen. Der Geist sieht übers Land, der Geist sieht übers Land, er will kommen. Der Geist geht durch aus, der Geist geht durch aus, über alles schweigt, unsere Söhne und Töchter. Geist sagen, Träume und Visionen sehen, Wunderzeichen am Himmel und auf Erden geschehen, 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 geschehen. Ich werde sie sehen, sie sehen, sie sehen, ich kann sie sehen, sie sehen, sie sehen. Ich kann sie sehen, streik dich aus, streik dich aus Ich kann sie sehen, sieh, sieh, sieh dein Wunder Sieh die Wunder, sieh die Zeichen, sieh die Zeichen Am Himmel, auf Erden, ich kann sie sehen, ich kann sie sehen Ich streik dich aus, träume und Visionen Ich streik dich aus, träume und Visionen Träume und Visionen Träume und Visionen Ich kann es sehen, es sehen, es sehen, es sehen Ich kann es sehen, es sehen, es sehen, es sehen Dräng dich rein, dräng dich rein in ihn selbst und deinen Wind Er gießt aus über alles Fleisch Er gießt den Geist aus über alles Fleisch Er gießt aus den Geist über alles Fleisch Erweckung kommt, Erweckung kommt Erweckung kommt, Erweckung kommt Erweckung kommt, Erweckung kommt Erweckung kommt Erweckung kommt, Erweckung kommt Erweckung kommt, Erweckung kommt Erweckung kommt Erweckung kommt, Erweckung kommt Erweckung kommt, Erweckung kommt Erweckung kommt, erweckung kommt, erweckung kommt, erweckung kommt Erweckung kommt, erweckung kommt, erweckung kommt, erweckung kommt Erweckung kommt, erweckung kommt, erweckung kommt Die Herrlichkeit Gottes in Stuttgart Erweckung kommt, erweckung kommt, erweckung kommt, erweckung kommt Wir pressen uns rein in ihn selbst Wir pressen uns rein in ihn selbst In ihn selbst In ihn selbst Erweck und kommt 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 Er kommt, seine Engel, seine Engel Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt Erweckung kommt, erweckung kommt! Hörst du das Rauschen? Hörst du das Rauschen? Hörst du das Rauschen? Höre mein Kind! 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 Erweckung kommt! 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 wird gerettet, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet, jeder, 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 der ihn anruft, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerett anruft, wird gerettet. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Das ist das Herz des Vaters! Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Witt gerettet. Halleluja. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Danke Herr, danke Herr. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Halleluja. Das Herz Gottes. Das Herz Gottes. Das Herz Gottes. Halleluja. Seine Herrlichkeit nimm zu. Sein Herz nimm zu. Sein Herz in deinem Herz. Die Herrlichkeit Gottes nimm zu. Die Herrlichkeit Gottes nimm zu. Höre. Höre mit deinen Ohren, höre, höre den Klang, höre den Klang des Himmels, höre das Herz des Vaters, höre, höre. Wer Ohren hat, der höre, wer Ohren hat, der höre, höre den Klang, höre den Klang, höre dem Wort zu, höre dem Himmel zu. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist sagt, was der Geist sagt, was der Geist jetzt sagt, was der Geist jetzt sagt. Höre den Klang, höre den Klang, höre die Stimme, höre, höre und sehe, höre, höre, was der Geist sagt. Was der Geist sagt. Geist sagt, was der Geist sagt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Herrlichkeit Gottes nimmt zu, erfüllt den Raum Erfüllt den Raum, die Herrlichkeit Gottes nimmt zu, erfüllt den Raum Sehe, höre, fühle, schmecke und rieche den Korn, deinen Korn Hör und schmecke, fühle und rieche, sehe deinen Korn, sehe deinen Korn Heute ist der Tag des Herrn 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 Fliegen, flieg, 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 fliegen vor, fliegen vor Heute ist der Tag des Herrn Heute ist der Tag des Herrn Heute ist der Tag des Herrn Streit dich aus! Hab Hunger und Durst! Hab Hunger und Durst! Hab Hunger und Durst! Lege! Lege her! In die nächste Tür weg! Heute ist der Tag des Herrn! Heute ist der Tag des Herrn! Ja, heute ist der Tag des Herrn! 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 Ich flieg wie niemals zuvor Heute ist der Tag bisher, heute erst recht Ich flieg wie niemals zuvor Hoch, hoch, nicht morgen Heute, heute Du hast dich entschieden, du hast dich entschieden Ich entscheide mich mit dir Heute, wie niemals zuvor Ich fliege, ich fliege, ich fliege wie niemals zuvor Heute ist der Tag bisher Ich fliege wie niemals zuvor 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 Halleluja Halleluja Flick, Flick, Flick Flick, Flick Flick, Flick, Flick Der Geist zieht übers Land, er breitet sich aus. Der Geist zieht übers Land, er breitet sich aus. Er breitet sich aus, er breitet sich aus. Er selbst breitet sich aus, er selbst, er selbst, er selbst breitet sich aus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Lass kein Ohr je gehören, lass kein Auge je gesehen. Lass kein Ohr je gehören, lass kein Auge je gesehen. Lass kein Ohr je gehören, lass kein Auge je gesehen. Lass kein Ohr je gehören, lass kein Auge je gesehen. Lass kein Ohr je gehören, lass kein Ohr je gehören. Lass kein Ohr je gehören, lass kein Ohr je gehören. was kein Auge je gesehen, was kein Ohr je gehört, was kein Auge je gesehen, was Gott für die bereitet die Liebe. Was Gott für die bereitet die Liebe, was Gott für die bereitet die Liebe, Großes kommt hervor Großes kommt hervor Großes bricht durch Großes bricht durch Großes bricht durch Ich sehe, ich sehe, ich sehe Großes bricht hervor Großes bricht durch Großes kommt hervor Ich sehe, ich sehe, ich sehe, ich sehe meine Augen sehen, meine Ohren hören. Meine Augen sehen, meine Ohren hören, meine Augen sehen, meine Ohren hören. Meine Augen sehen, meine Ohren hören, die prophetische Zeit, meine Augen sehen, prophetische Zeit. Meine Augen sehen, meine Ohren hören, prophetisches Wort, prophetisches Wort. Meine Augen sehen, meine prophetische Zeit, meine Ohren hören, meine prophetische Zeit. Ein prophetisches Wort, eine prophetische Welle. Welle, 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 Welle. Oh, prophetische Welle. Eine prophetische Zeit. Eine prophetische Zeit. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Amen. 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 Halleluja. Dank Jesus. Wir danken dir Jesus. Wir danken dir Jesus. wir danken dir, dass du höher gehst mit uns heute Abend. Du bleibst nicht stehen, Halleluja. Du gehst höher mit uns weiter an. Noch höher. Noch höher. Unser Gott ist grenzenlos. Unser Gott ist grenzenlos. Der Geist ist unbegrenzt. Halleluja. Jesus, ich werd' dich sehen, in deiner ganzen Kraft. Dich sehen, wie du wirklich bist. Deine Herrlichkeit sehen. Jesus, ich werd' dich sehen, in deiner ganzen Kraft. Dich sehen, wie du wirklich bist. Deine Herrlichkeit sehen. Deine Augen drücken aus, was kein Wort sagen kann. Es ist bedingungslose Liebe. Und sie fließt und gibt und sie trägt und erhebt. Von deinem Herz, von deinem Herz, zu meinem Herz. Von Herz, von Herz, von mir ganz tief zu mir. Von deinem Herz, von deinem Herz, von deinem Herz, zu meinem Herz. Von Herz, von Herz, von Herz, von dir ganz tief zu mir. Ich bin geliebt. Das ist nur zwischen dir und mir, dem Bräutigam, der braucht. Ich bin geliebt. Ich bin geliebt von dir. Du öffnet. Du öffnest meine Augen für dich. Du öffnest meinen Sinn. Weil ich bin, weil ich bin, weil ich bin, wie ich bin. Du öffnest meine Augen für dich. Du öffnest meinen Sinn. Du öffnest meinen Sinn. Weil ich bin, weil ich bin, wie ich bin. Du öffnest meine Augen für dich. Du öffnest meinen Sinn. Weil ich bin, weil ich bin, wie ich bin. Jesus, ich werde dich spüren, deine geile Liebe spüren, ich spüren, wie du wirklich bist, deine Herrlichkeit spüren. Jesus, ich werde dich spüren, deine ganze Liebe spüren, ich spüren, wie du wirklich bist, deine Herrlichkeit spüren, ich werde dich sehen, Jesus, ich werde dich sehen, in deiner ganzen Kraft, ich sehe, wie du wirklich bist, deine Herrlichkeit sehen, deine Augen drücken aus, was kein Wort sagen kann. Es ist bedingungslose Liebe und sie fließt und gibt und sie trägt und erhebt von deinem Herz, von deinem Herz zu meinem Herz, von deinem Herz, von deinem Herz zu meinem Herz, von deinem Herz, von deinem Herz zu meinem Herz, von deinem Herz, von deinem Herz zu meinem Herz, von dir ganz tief zu mir, von deinem Herz, von deinem Herz zu meinem Herz, du öffnest meine Augen für dich, du öffnest meinen Sinn, von deinem Herz, von deinem Herz zu meinem Herz, du öffnest meine Augen für dich, du öffnest meinen Sinn, von deinem Herz, von deinem Herz zu meinem Herz, du öffnest meine Augen für dich, du öffnest meinen Sinn, von deinem Herz, von deinem Herz zu meinem Herz, Ja, du öffnest meine Augen für dich, du öffnest meinen Sinn von deinem Herzen, von deinem Herzen, zu meinem Herzen. Du öffnest meine Augen für dich, du öffnest meinen Sinn von deinem Herzen, von deinem Herzen, zu meinem Herzen. Du öffnest meine Augen für dich, du öffnest meinen Sinn von deinem Herzen, von deinem Herzen, zu meinem Herzen. Du öffnest meine Augen für dich, du öffnest meinen Sinn Du öffnest meine Augen für dich, du öffnest meinen Sinn Du öffnest meine Augen, du öffnest meinen Sinn Jesus, Jesus, ich hab Hunger und Durst nach dir Schrei zu deinem Jesus, schrei zu dem Herrn der Herren Zu dem König der Könige, von deinem Herrn zu deinem Herrn Du öffnest meine Augen für dich, du öffnest meinen Sinn Jesus, Jesus, Jesus Du liebst mich her, du liebst mich her, ich liebe dich her Ich schau zu dir auf, ich schau zu dir auf Ich schau in dein Angesicht, ich schau in dein Angesicht Du öffnest meine Augen, du öffnest meinen Sinn 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 Du öffnest meine Augen, du öffnest meinen Seelen. Schau nach oben, schau in dein Angesicht. Pure Liebe trifft mich, pure Liebe trifft mich, pure Liebe trifft mich, pure Liebe verändert mich. Ich schau nach oben, schau in dein Angesicht. Ich schau nach oben, schau in dein Angesicht. Pure Liebe trifft mich, pure Liebe verändert mich, verändert mich. Ich schau nach oben, schau in dein Angesicht. Ich schau nach oben, schau in dein Angesicht. Pure Liebe trifft mich, pure Liebe trifft mich. Ich schau nach oben, schau in dein Angesicht. 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 Pure Liebe trifft mich, pure Liebe verändert mich. Verändert mich, verändert mich. Ich schau nach oben, schau in dein Angesicht Ich schau nach oben, schau in dein Angesicht Pure Liebe trifft mich, pure Liebe verändert mich Pure Liebe trifft mich, pure Liebe verändert mich Ich fall zu Boden, kann nicht aufrecht stehen vor dir Ich fall zu Boden, kann nicht aufrecht stehen vor dir Liebe trifft mich, Liebe trifft mich Unerkannte Liebe trifft mich, unerwartet trifft mich, trifft mich, trifft mich Ich kann nicht stehen vor dir, ich fall zu Boden Ich kann nicht stehen vor dir, ich kann nicht stehen vor deiner Herrlichkeit, vor deiner Liebe Ich fall zu Boden, pure Liebe trifft mich Pure Liebe trifft mich Du richtest mich auf, du richtest mich auf Vorderst mich auf, schau in mein Arm, Kind Schau in mein Arm, Kind Schau in mein Arm, Kind Ich liebte Ich liebte Ich liebte Ich liebte Ich liebte Amen. Amen. König Jesus. Amen. Amen. Ængel. Ængel, Ængel, Ængel. Ängel, 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 ängel Gottes, ängel, 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 ängel. bringt uns Christus, das lebendige Manner, 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 Engel, Engel, Engel Gottes. Amen. Engel, Engel, geto mehr, geto mehr. Geto mehr, geto mehr, geto mehr. Der Himmel ist auf, der Himmel ist auf. Engel, 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 berührt, 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 berührt. Ihr, die aus der Herrlichkeit kommt, 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 berührt, 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 engel, 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 engel. Wind der Veränderung! Engel! Engel! Beruhig! Beruhig! Nimm Schmerzen weg! Nimm weg! Nimm weg! Jede Pündung! Nimm weg! Freudlosigkeit! Nimm weg! Engel! Engel! Love! Engel! Grün, 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 grün für Menschen. In den Armen jetzt, in den Armen jetzt, in den Armen jetzt. Lebt die Schmerzen weg, lebt sie weg, lebt sie weg, lebt sie weg, lebt sie weg. Zug übernatürlich, übernatürlicher Raum. Wir wollen die Narben heute übernatürlicher Raum, übernatürlicher Raum. Engel, Engel, Engel leben in dem Raum und hier ist der Raum am Beton. Gießt er um, mehr, 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 mehr. Pff, lauter. Engel, 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 überall links, 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 link, linke Seite, links, linke Seite, links, 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 links. Leg das Vater herz, bringt uns näher zum Vater herz. füllen ab alle Dämonen abführen jetzt gehören engel, engel, bisschen lauter engel, engel, engel berührt, 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 lass dich berührt oh mein Gott 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 über natürlich über natürlich m Super natürlich, übernatürlich, mach's ja kartonche Kettebär, nehmt ihr den Mond von den Brünnchen, von den Brünnchen, 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 Atemwege, mach's nicht frei, Heilungsengel, Engel der Kampf, komm, 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 in den Namen Jesu, in den Namen Jesu, Brünnchen, Engel vom Teich vom Bethesda, Brünnchen, Brünnchen, Bein Teilo, Bein Teilo, Bein Teilo, Bein Teilo, Bein Teilo, Heilo, 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 Wehnen, 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 jede Bündnisgespräche. Er, 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 den fängt jeden Fuß. Räumt auf! Räumt auf! Stärkt unseren Kopf! Stärkt unseren Geist! Bapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Engel der Kraft, Engel Windhoff Schinsch, lasst Kraft in die Schultern kommen, lasst Jesokrath in die Schultern kommen, Engel, 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 nehmt die Schwere von den Lasten, Lasten von den Schultern, von den Schultern und die Gemäume, führ sie ab, führ sie ab, führ sie ab, von uns, Schultern werden leicht, 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 knacken, 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 Mit jedem Trommelschlag, hör ich, sagt der Heidegeist, werden wir wohnen, zertiefen, aus den Nacken, Schulterbereich, und da wo er das vor, Menschen quälen Brötchen, Brötchen, Atemwäge, wer treibt? Herz, 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 Herz geteilt, Herz geteilt. Herz, 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 Geil, 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 Geil Makato Brunch Nehmt sie weg Herz Keine Zeigung Sein gelöst Sein gelöst Herzengel Sein gelöst Sein gelöst Im Raum Deiner Herrlichkeit Alles ist möglich Alles ist möglich Engel, Engel, Engel Danke Jesus, weiter, weiter, weiter Nehmt sie weg, nehmt sie weg Von Jahrzehnte Lasten Ich sehe Pfeile, die wo drin stecken Zieht sie raus 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 Abgeschossene Flüche in Wehnen Beine Zieht sie aus Zieht sie aus Aus den Beinen Schakatapoke Schakatapoke Rakatropo Schedebe Wind 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 aus dem Himmel Sie kommen, sie kommen, sie kommen Ketten, 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 Ketten Ketten, Ketten, Ketten Dämonen haben immer Freude, dich einzuketten Organe Ich höre Bandschein 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 Und im Nierenbereich Hinten Lendenwirbel Nehmt die Ketten weg Lendenwirbel 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 Bewege dich Bewege dich Bewege dich Bewege dich Bewege dich In den Namen Jesus Zeige Halt Zeige Halt Engel, Engel, Engel Ketten hier um Wirbel Ich sehe Wirbel im unteren Bereich In den Namen Nierenbereich Nehmt sie weg Nehmt sie weg Nehmt sie weg, Engel Reinigt In den Namen Jesus In den Namen Jesus Frei Sei frei Sei frei Sei frei Sei frei Sei frei Rapa kato shi kdp kdp Rapa kato shi kata baya Bewege dich Ich bin frei Mach wat dos시 mensch Ja Ich bin frei 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 Ich bin frei! Ich bin frei! Pfff! Engel, Engel, Engel! Mehr Poer aufs Mikrofon bitte! Mehr Kraft aufs Mikrofon! Feig! 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 Bakterien, Sporen, Pinsen! Komm aus! Komm aus! Komm aus aus der Brünche! Komm aus aus den Atemmitteln! Komm aus! Du bemühen vom Schmerz! Klaus! 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 Klaus aus meiner Körper! Klaus aus meinen Körper! Klaus aus meinem Körper! Pfff! Wind! 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 Deine Herrlichkeit drauf Jesus! Deine Herrlichkeit drauf Jesus! Wind Deine Trommelstücke Feuer auf die Trommelstücke Jeder Dämon wird jetzt geschlagen Durch Manuel, der am Schlagzeug da ist In der Name Jesus Über ein ausgetrieben Lendenwirbel Lenden, 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 Hinten, Lenden, Lenden Unterster Bereich Raus aus dem Haus Raus aus mein Körper Raus Blut, Blut, Blut Raus aus dem Blut Das Blut, Jesus In unserem Blut Jede Schwäche im Blut Leukozyten Blut, Jesus In alle Leukozyten Das Blut, Jesus Das Blut, Jesus Gehör ich Leukozyten, Leukozyten, Leukozyten Engel, 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 Engel Komm, 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 komm Maamuri, Beke, Yaloburi, Beke, Yaloburi, Beke Rapaka, Yaloburi, Beke Rapaka, Yaloburi, Beke Armee Gottes Stimm auf Wir sind im prophetischen Haus Da ist mit aller Krankheit aus Alle Dermone raus Ich hör das Die Trommel jagen sie raus Heilige Trommel Heilige Stimmen Heilige Instrumente Engel, 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 Engel Haut sie raus, haut sie raus, haut sie raus Kettet sie, kettet sie, kettet sie Kettet sie, kettet sie, kettet sie Kettet sie ab, kettet sie ab Gesundheit ist das Erbe der Kindergottes Makrotosche, Kader Bayern Kannst du sehen, wie sie gehen? Beke Jebosch GAUS Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Mach deinen fröhlichen Lärm. Dein Jericho wird heute zerpulverisiert. Sucht Dämonen, fahre aus! Untertitelung. BR 2018 Fahre, fahre! Fahre! Lungen, herz, blumen, herz und geschehen. ist ein da und mal das war das Jesus. 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 Heilig, heilig, heilig. Ich bin frei. Ich bin frei. Ich bin frei, du bist frei, ich bin frei. Ich bin frei, du bist frei, ich bin frei. Ist Josef hier? Josef, 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 Josef. Ich bin frei, du bist frei, ich bin frei. Ich bin frei, du bist frei, ich bin frei. Ich bin frei, du bist frei, ich bin frei. Engel, Engel, Engel! Engel, Engel, Engel. Engel! Du bist frei, du bist frei, ich bin frei Engel! 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 Ich bin frei, du bist frei, ich bin frei Ich bin frei, du bist frei. Ich bin frei, du bist frei, ich bin frei. Ich bin frei, du bist frei, wir sind frei. Ich bin frei, du bist frei, wir sind frei. Ich bin frei, du bist frei, wir sind frei. Ich bin frei, du bist frei, wir sind frei. Ich bin frei, du bist frei, wir sind frei. Ich bin frei, du bist frei, wir sind frei. Ich bin frei, du bist frei, wir sind frei. Ich bin frei, du bist frei, wir sind frei. Ich bin frei, du bist frei, wir sind frei. Ich bin frei, du bist frei, wir sind frei. Ich bin frei, du bist frei, wir sind frei. Ich bin frei, du bist frei, wir sind frei. Ich bin frei, du bist frei, wir sind frei. Ich bin frei, du bist frei, wir sind frei. Ich bin frei, du bist frei, wir sind frei. Ich bin frei, du bist frei, ich bin frei. Ich bin frei, du bist frei, wir sind frei. Ich bin frei, du bist frei, wir sind frei Ich bin frei, du bist frei, du bist frei Engel, 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 Engel Halleluja, Halleluja Engel, 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 Engel Halleluja, Halleluja 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 Was ist das? Egal! 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 Was ist das? Musik 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 Das war's für heute. Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vielen Dank. 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 No, 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 no. One, no, no. Feil, maus. Warfare Krieg Krieg jeder Kampf rein Jedem Aufsatz In den Anliegen Gingstus Seil Gehalt Seil frei Speiseröhre Hat einer Probleme mit Speiseröhre Gehen wir etwas bitte Speiseröhre Wer Speiseröhre Schnell! Schnell! E-Mail, Speiserrohre! Halleluja, Jesus! Danke, Jesus! Danke, Jesus! Halleluja! Halleluja! Dank Gott! Amen! 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 Danke dir, Herr Jesus! Amen! Amen! Oh! Lass Gott dein Herz hören! Schick dich! Schick dich! Schick dich! Oh! Schick dich! ist leichter hat einer ein zeugnis wo er sagt so bin ich gekommen und werde ich jetzt hier die ganze zeit hier bin dass du das ist jemand hier ganz schnell ganz schnell doch doch ganz ja ich hab noch am anfang von lobpreis voll knieschmerzen rückenschmerzen gehabt und sie sind jetzt wirklich fliege ja ich habe drei sachen beim husten verrenkt hinten dann habe ich holz getragen und mein kreuz unten da bei den lendenwirbeln und der husten alles ja bei mir auch kreuz schmerzen weg halleluja 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 während des lobpreises es war jesus hier halleluja er ist runtergekommen er hat mit seinen saum hat er jeden berührt er ist praktisch da mitten durchgegangen und hat jeden berührt und nachdem er berührt worden ist hat er eine krone darauf gehabt manche diamanten manche goldene manche haben sogar zwei drei gehabt fragt mich bitte nicht was das bedeuten soll aber jesus weiß es halleluja und er hat nur vorne dran ist er zurückgegangen hat vorne gesagt ihr schreitet voran das war sein letztes wort und dann ist er wieder hoch jesus ich denke eine krone der gerechtigkeit josef man jesus sein leben gegeben hat die erste belohnung ist die krone der gerechtigkeit du bist gerecht durch das blut von jesus deine sünden hat jesus christus dir am kreuz auf golgata vergeben er hat sie dir weggenommen ich hörte deinen namen gerechtigkeit jesus der gerechte starb für für dich der ungerecht gelebt hat in sünden in sünde gelebt hat amen die krone der gerechtigkeit amen amen bei der sofa ging es euch auch ich sah auch jesus er stand auf ernst wie du sagst eine krone und gott sagte ganz laut ruht sagt diamanten und ich habe noch erst getroffen ich habe rufen diamanten also wenn ihr raus geht wir haben es vor ihr lebt es können diamanten entweder in deinem auto sein also diamanten ich glaube dass übernatürlich gott diamanten fangen auf diamanten 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 i receive i receive i receive ich empfange ich empfange und er stand und hat hier eine goldene krone auf ganz wie du sagst tronen ja und er ging gegen uns entgegen ja 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 das war wo du die schofa geblasen dass das der geistraum hat sich geöffnet es da danke danke sehr gesagt danke 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 noch stärker noch besser auch etwas gehabt während des schofas als es da geblasen hat ich habe gesehen äh zuerst ein pferd von jesus und er ich habe nur gesehen äh er hat sich immer umgedreht und hat geschaut wer folgt ihm nach und dann sie hat pause gemacht und dann wieder geblasen und dann hat jesus gesagt geht und such diese die noch nicht dabei sein und dann mit dem trommel dann sind dann diese die gekommen die zu fuß waren äh wirklich eine ganze armee und sein pferd hat sich immer umgedreht und hat immer äh geschaut und die anderen pferde sind immer näher und näher gekommen das war immer jedes mal wo sie geblasen hat sind immer mehr leute äh gekommen in diesen zug äh in dieser armee ja danke 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 jesus danke vater mimmel danke heilig heißt danke heilig heißt danke 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 amen 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 es geht auch weiter ja amen ich werde das euch allen jetzt weitergeben äh äh etwas was der heilige geist mir gegeben hat am wort ihr könnt euch setzen empfangen schreibt auf kann man die bibelferse die ich gleich nenne dann die danke 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 sondern platz weil wir jetzt schwitzen in chiesunam in chiesunam in der namen jesus danke nochmal das ist irgendwo meine okay okay heute habe ich mein prophetbuch mit amen handgefährd amen 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 bist du bereit wenn er kommt deinem du bist du bereit wenn er kommt du bist du bereit wenn er kommt für den Es wird immer lauter. Jawohl, jawohl. Das ist die Stärke im Himmel. Halleluja. Kabrakatoshihedebit. Und das, was ich prophezei, Europa. Europa. Europa kommt dran. Aber ich muss, kann ich hier noch einen Ständer haben? Ist das machbar? Das hat mehrere Jahre gelegen, das Buch. Blitze. Blitze um den Thron. Halleluja. Danke, Manuel. Danke, danke, danke. Crossover. Wir brechen durch. Das ist, das ist, dankeschön. Das ist das Prophetisch. Wir brechen durch. Wir brechen durch. Wir brechen durch. Wir brechen durch. Crossover. Durchbruch. Wir gehen aus dem heraus, was jetzt hier noch eine gewisse Zeit wir noch drinstecken im alten Jahr. 31.12.2019. Und wir gehen in das neue Jahr hinein. Amen. Aber es ist nicht nur ein physischer Raum, sondern Gott sagt, Leute, ich offenbare den geistlichen Raum. Es ist so, Crossover. Ich habe nicht ein Wort. Viele sagen, oh, ein Wort. Ich habe die ganze Bibel. Sondern der Herr sagt, was ich tue als Prophet. Ich skizziere, was geschehen will und was soll für 2020. Ich bringe mehr als ein Wort. Ich bringe eine Botschaft. Eine Botschaft, wo jeder Einzelne sich um den anderen kümmern wird. damit wir am Ende am Ende 2020 das Ziel Gottes erreicht haben. Für 2021. Und das ist so eine wichtige prophetische Botschaft. Größere Herrlichkeit 2020. Größere Herrlichkeit. Wir gehen in größere Herrlichkeit. um das zu verstehen. 2. Mose 19, 2. Mose 19, die Verse 16 und 20. Ich bekam das einfach so alles. Größere Herrlichkeit. 2. Mose 19, Verse 16 bis 20. Damit wir eine Vorstellung haben von dem, wo wir gerade so etwas geschmeckt haben, worüber wir reden, wenn wir das Wort Herrlichkeit im Mund nehmen. Und es geschah am dritten Tage, als es morgen war. Da war Donnerblitze. Das war kurz bevor Mose bestieg den Berg und sollte 3 Millionen Juden circa aus ägyptischer Gefangenschaft holen. Hört ihr? Das Alte ist vergangen, Neueste ist geworden. Und vor Jahren hatten wir noch Überquerung einer Brücke. Halleluja. Keiner von uns wird sich 2020 mehr abhalten lassen, den Weg Gottes zu gehen. Amen. 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 Und keiner wird sich abhalten lassen, die größere Herrlichkeit nicht zu empfangen. Amen. Halleluja. Halleluja. Mose war gegen hoch auf den Berg und es geschah am dritten Tage. Und als es morgen war, da war Donner und Blitze. Es ist ein Bild, es ist ein prophetischer Hinweis auf die Herrlichkeit Gottes und eine schwere Wolke auf dem Berg und ein sehr stärker Posaunenschall, Schofa und das ganze Volk zitterte, das im Lager war. Amen. Posaunenschall, Schofa wird von Engeln geblasen. Engel sind immer da, wo die Herrlichkeit ist, ist Gegenwart und Engel sind immer mit dabei, wie heute auch hier. Heilung, Befreiung, Wunder, Tote stehen auf, Dämonen fahren aus. Es ist Kennzeichen des Königtums Jesu Christi. Und das ganze Volk zitterte, dass er im Lager war. Bitte, bis, wir gehen bis Vers 19, bis Vers 20. und Mose führte das Volk aus dem Lager hinaus, Gott hingegen, crossover, heute wirst du herausgeführt durch den Heiligen Geist und durch die Anteilnahme auch der Engel Gottes. Und sie stellten sich auf dem Fuße des Berges und der ganze Berg Sinai rauchte. Das ist nicht ein Rauch wie aus einem Schonstern, wir unterhalten uns über die Herrlichkeit, damit wir überhaupt eine Vorstellung haben, wie sieht die Umgebung Gottes aus. Das ist die Umgebung Gottes. Das ist Gegenwart Gottes. Amen. Wenn das hier so reinkommt, diese Blitze, du siehst, wie alles in meinem Leben, Blitze. Ich bin umgeben von den göttlichen Dingen. Amen. Ob es ein Kristall Leuchter ist, egal was, ob es Blitze sind, ich umgib mich einfach mit der Herrlichkeit. Ich will da sein, was die Bibel schreibt. Und es beginnt hier schon in deinem Denken. Amen. Lenke dein Denken durch Gottes Wort. Lenke dein Denken durch Gott. Wie hier Markus 9, 23, alles ist möglich, dem, der da glaubt. Fütte dein Denken mit Gottes Wort. Fütte dein Denken mit Schönheit. Denke in Schönheit, denke, denke und sprich und sprich. Und so wirst du dein Herz und dein ganzes Leben in die Herrlichkeit hineinbringen. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens und der Berg bebte sehr. Das ist Herrlichkeit. Das ist Gegenwart. Bitte weiter. Und der Person wurde fort und fort stärker. Mose redete und Gott antwortete ihm mit einer Stimme. Könnt ihr sehen, dass ihm Blitze, im Donner, im Rauch, in der Wolke ist seine Herrlichkeit. Gott spricht. Mose sieht die Wolke. Es ist die Herrlichkeit. Es ist das Licht Gottes. Es ist das Feuer Gottes. Und darin ist die Gegenwart. Die Wolke kann hier so hineinkommen. Ein Blitz könnte hier hineinkommen. Das ist seine Herrlichkeit. Herrlichkeit. Das ist seine Herrlichkeit. Und Javi stieg auf den Berg herab, auf den Gipfel des Berges und Javi rief Mose auf den Gipfel des Berges und Mose stieg hinauf. Könnt ihr sehen, Gott will mit dir sprechen. Gott hat ein Herz, Gott hat Gefühle. Könnt ihr das sehen. Er ist ein liebender Vater. Halleluja. Danke. Nächste Schriftbeweis. Apostelgeschichte 2, 3 und 4. Dort finden wir auch Herrlichkeit. Apostelgeschichte 2, Verse 3 und 4. Und es erschienen in zerteilten Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Könnt ihr das sehen? Wieder Feuer. und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab auszusprechen. Ihr könnt sehen, der Heilige Geist ist im Feuer. Wenn wir sagen Feuer, dann ist das eine reale Geschichte, wo der übernatürliche Bereich um einen Menschen kommt. Glaube es. Du musst dein Denken hineinbringen. Ich habe gelernt, mein Denken zu disziplinieren und nicht mehr abzuweichen von dem, was ich da lese. Darum viele Dinge habe ich erlebt. Unter anderem auch einmal, alles, was ich sage und persönlich erlebt habe, darin ist Kraft. Das ist eine Substanz. Darin ist Glaube. Du kannst dich darin bewegen, auch wenn du es nicht erlebt hast, hast du die Möglichkeit, der nicht nur Erfahrungen mit Gott gemacht hat, sondern der Gott kennt, der die Wolke kennt, der das übernatürliche bestimmte Bereiche kennt. Hörst du diesen Menschen zu und du bist nicht kritisch, nicht negativ, dann ist darin eine Kraft in diese Intimität, die ein Mensch zu Gott hat und der sich durch Wolke, durch Blitze, durch Donner, Elektrizität sich manifestiert, kann er sich Engel, wenn so ein Mensch über Engel spricht, dann werden sich diese Engel bei dir manifestieren. Du musst dich nur mit deinem Denken und deinem Herzen reinbauen und sagen, ja, 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 will ich. Und dann darfst du nicht mehr weichen. Der Fehler, der gemacht wird, ist, dass die Menschen wieder in die Logik reinkommen und sagen, ja, ich will Beweise oder ich möchte dies oder jenes, sagt es nicht, das sind Gedanken aus der Hölle. Jesus sagt, die Sprache Gottes ist Glaube. Glaube. Ich muss nichts sehen und ich glaube. Ich glaube an Blitze, ich glaube an Donner, ich glaube, dass, mein Gott, akustisch ich ihn höre, das ist mein Standard, darauf lege dich fest. Lege dich darauf fest, was Gottes Wort sagt und dann kommt es. und oft ist es so, du bist alleine, im Haus war ich ganz alleine und ich hatte ein großes Verlangen, Erweckung, 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 immer war in meinem Herz Erweckung, dass Menschen gerettet werden, durchbrechen und wiederum zu Erweckungsträger werden. Und in dem Augenblick stand ich und wir haben gerade eine neue Gemeinde gebaut und das war in den 90er Jahren, so lange ist das her. Gott ist dasselbe, gestern, und in dem Augenblick hat der Heilige Geist meine Seele und mein Geistes Mensch genommen und ich bin durch die Luft geflogen. Ja! Das heißt, ich bringe euch als Prophet bei, wie ihr Dinge erreichen könnt, wie ihr die Ziele und Absichten Gottes erreichen könnt. Wie ihr es könnt. Und wenn danach ich bin durch die Luft geflogen über alle Dörfer über zig Dörfer in Deutschland, die ihr, wenn ich die nennen würde, nicht kennt. Und ich flog und flog durch. Und während ich merkte, dass ich nicht mehr im Wohnzimmer war, sondern dass ich in die Luft geflogen bin, setzte mein Denken ein und ich bekam Angst. Angst ist ein Blockierer des Heiligen Geistes. Angst blockiert Liebe. Angst blockiert dich, Engel zu sehen. Angst blockiert den Menschen, in das Übernatürliche, über dem Natürlichen, in das Übernatürliche hineinzukommen, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und in dem Augenblick, als ich das merkte, ich bekam Angst, Angst und ich hatte auf einmal sofort den Gedanken, den Wunsch, zurück im Körper, zurück, zurück, zurück. Und der Heilige Geist ist so sensibel, wie eine Bramse in der Luft. Ich war Hunderte Kilometer geflogen. Ging ich zurück, zurück, bis zu uns in die Eichhofstraße. Zurück. Und in dem Augenblick sah ich oben am Himmel die Verheißung Gottes, die er Abraham gegeben hat. Ich sage die Sterne und ich sah überall Menschen im Himmel und ich sah, wie der Heilige Geist oder Engel Fäden, goldene Lichtfäden, die einzelnen Sterne verbunden hat. Und dann hörte ich, netzartige Gemeinden werde ich bauen. Jetzt weißt du, warum es auch immer ein Netzwerk Heilig Geist Feuer Netzwerk wie dieser Name entstanden ist. Und das war die Verheißung, die Gott der Allmächtige Abraham gegeben hat. Abraham, Isaac, Jakob in Christus wiedergeboren. Es ist immer noch da dasselbe Wort. Ja! Das ist die Botschaft, ihr Lieben. Wir werden sie gleich zusammen mehr und mehr verstehen. Das ist sehr übernatürlich, sehr kraftvoll, sehr herausfordernde Worte, Sätze, aber sie werden in zwölf Monaten zunehmend werden sie gefüllt. Dein Geistes Mensch wird stärker und stärker reifer reifer. Ich höre erwachsen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Bahnte Herrlichkeit ein Weg. Haggai 2,9 Wir haben es vorhin auch schon gehört. Haggai 2,9 Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste. Die letzte ist jetzt die Endzeit Gemeinde. Die Endzeit Gemeinde. Wir sind hier im letzten Ende und diese Gemeinde wird gerade da angesprochen. Die Armee Gottes, die Gemeinde Jesu Christi weltweit will größer sein als die erste, spricht Jahwe, der Herr Scharen. Wow, Halleluja. Halleluja. Und an diesem Orte will ich Frieden geben. An diesem Orte werde ich Frieden geben, spricht der Herr der Scharen. An welchem? Die Herrlichkeit dieses Hauses. Die Herrlichkeit, das heißt, Gott will selbst in der Gemeinde wohnen. Und die Strukturen. Amen. Gott selbst, die letzte Herrlichkeit des Hauses. 2020 bewegt der Herr uns jetzt in dieses Wort hinein. Er macht es lebendig in dir und mir. Ich rieche Rauch. Dieses wird größer sein als die erste. Alter Bund, neuer Bund. Was jetzt kommt, war noch nie da. Keiner kann es beschreiben, wie es wird. Es wird mega, 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 größere Herrlichkeit. Also ich skizziere jetzt einen Lebensweg auf, bis zu deinem Tod. Es ist nicht ein einzelnes Wort. Sei Gott. Welches Wort nehmen wir denn heute für 2020? Sollst du was? Gottes Herzenswunsch ist Form mein Volk. Mach Christus aus allen. Amen. Halleluja. Und ich glaube auch diese Botschaft war zu tun mit dem Apostel Reinhard Bonke. Erfenglisten Reinhard Bonke. Als ich hörte, er ist heimgegangen, dann wusste ich, wie Margot Rüchte sagt, ein General. Ein General aus Deutschland ist in den Himmel aufgestiegen. Amen. Er ist oben mit vielen, vielen Patriarchen, Generälen ist auch unvereint. Und Mario sagte auch, ich glaube oben, Jesus hat die Himmel ausgebreitet. Die anderen, endlich sehen wir diesen Reinhard Bonke unten auf der Erde. Amen. Halleluja. 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 Das hat mich so berührt. Du musst wissen, wenn ein General geht, hat er was hinterlassen. Amen. Sofort docke ich mich an. Sofort docke ich mich an sein Erd an. Sofort Engel, das vergossene Blut von Jesus, blutgewaschenes Österreich, blutgewaschenes Deutschland. Blutgewaschenes sagte er heute Morgen. Europa. 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 Rappacatabasha Karabaya. Rappacatabaya. Dieser Mann hat selbst bevor er starb hat er nochmal eine Facebook Seite eröffnet. Und dort sagte er er schaute an all das was Gott Millionen für Millionen in Afrika gerettet wurde. Die Crew Sites die ich gemacht habe. Und er stand da und sprach sehr er hatte nicht mehr viel Kraft. Sollte was sagen? Der war echt. Reinhard Brunke war echt. Der war echt. Und Gott sagt von diesen echten werde ich jetzt meine Armee aufbauen. Die weder Tod noch Verfolgung noch Schwert noch Gefängnisse Ich finde das Wort nicht. Das gibt es bei Gott nämlich nicht. Wenn man da nicht rein will, wenn man das nicht möchte, muss das umschreiben. Ich kriege das Wort gar nicht hin. Amen. Was? Nicht scheuen. Nicht scheuen. 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 Cobraschia. Lasst uns im Zungen sprechen. Italien. Cobro. Ich komme, ich komme, ich höre schon. Ich höre meine Schritte. Nein, 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 nicht leere Worte. Hinter mir stehen noch viele Meere. Meere, Meere, Meere. Ein Meer, 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 Völker, Meer, Meer, Amen. Jesus. brandt der Herrlichkeit einen Weg. Diese Macht, ich habe das hier alles, diese Worte aufgeschrieben, diese Macht, die Herrlichkeit des letzteren Hauses wird jede Macht Gottes übertreffen. Dieses letzte Haus wird sogar jede Macht das, was er bis jetzt getan hat, übertreffen. Ich merke schon, von Reinhard Bunke, habe ich langsam seine Stimme bekommen vor drei Tagen. Hört ihr das? Der Mann biebt, wenn er spricht. Ich habe ihn mehrere Male live verliebt. Er hat Ellen und mir und all unsere Kinder die Vortaufe gegeben. Amen. Kein Weg ist so weit. Jesus, Jesus, Jesus. Hier. Wer bietet mehr? Zweieinhalb Millionen. Wow. Halte fest. Zweieinhalb Millionen. Gerade mal Italiener Raccata Rihanna. Wien. Ganz Wien gehört Jesus. Amen. Wenn ihr die Predigt jetzt gleich verfolgt, alle Texte, alles, was du auch gesungen hast, gesagt hast, alles ist hier drin. Und da sagt der Herr Sohn, ich werde es dir noch sprechen, ich werde es dir sogar noch vorsingen. Amen. 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 Rihanna Hart. Danke. Kapascheia. Halleluja. Halleluja. So viel habe ich. Ich werde durchkommen. Ich werde durchkommen. Ich fühle gerade einen Krieg. Ich werde durchkommen. Warum muss die Herrlichkeit des zweiten Hauses der Gemeinde der letzten Tage größer sein als die des ersten Jahrhunderts? Warum? Warum muss das letzte Haus größer sein als alles davor? Warum Fragen muss man sich stellen, oder? Und jetzt kommt der Hammer. Und darum, ich wunderte mich. Ich wollte keine Dämonen heute austreiben. Aber was willst du machen? Wenn das Königreich unter uns ist, haben wir gehört, vorhin, dann geht der Finger Gottes nach vorne. Und dann muss Krankheit gehen. Wie, Krankheit, Dämonen? Ja! Leibs wem, endlich! Grüße alle! Halleluja! Und jetzt kommt der Burner. Damit ihr wisst, wie größere Herrlichkeit und warum größere Herrlichkeit. Und warum die jetzige Gemeinde größer sein wird an Kraft, an Zeichen und Wunder als alles, was davor war. Schlagoffenbarung 12.1 Hierbei musste ich jetzt selbst meine eigene Bibel haben. Wie war die? Offenbarung 12.1 12.1 Und es erschien ein großes Zeichen am Himmel eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond war unter ihren Füßen und auf ihrem Haupte eine Krone von 12 Sternen. Immer so runter gehen. Hier wird diese Frau stellt die Gesamtheit von Gottes Volk hier auf Erden dar. Es ist die Frau Sonne Mond Sterne ist ein Bild auf die Gesamtheit sieben acht Milliarden Menschen. Und darauf hat es jemand auch abgezielt. Gott die Gemeinde Satan. Und darum möchte ich euch wirklich auf den Boden stellen 2020. Denn da wo Licht ist, gibt es auch Finsternis. Das Gegenstück ist Finsternis. Und darum Volk Gottes, wir werden stark. Amen. Stark in unserem Herrn. Und ein großes Zeichen erschien in den Himmel. Drei Himmel. Ein Weib bekleidet mit der Sonne und der Mond war unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von zwölf Sternen. Immer weiter. Und sie war schwanger und schrie in Kindesnöten und hatte große Qual bei der Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen am Himmel und siehe ein großer roter Drache Satan Leviathan Lucifer er hatte sieben Hörner und zehn Hörner und auf seinen Häupten sieben Kronen. Sprüche sechs, sechzehn und achtzehn könnt ihr zu Hause sehen. Da sind die sieben Köpfe Leviathans. Wäre doch nochmal kurz interessant. Wir gehen gleich wieder da rein. Die sieben Köpfe Leviathan. Sprüche sechs, sechzehn und achtzehn Damit wirst du es immer zu tun haben. Solange du hier auf Erden lebst. Alle da. Sechs sind es die Yahweh hasst und sieben sind seiner Seele ein Gräuel. Bitte weiter. Hohe Augen eine Lügenzunge und Hände die unschuldiges Blut vergießen. Dem Herrn ein Gräuel Widerwillen Widerwillen weiter. Achso. Ein Herz welches heillose Anschläge schmiedet. Füße die einen zum Bösen hin laufen. Weiter. Das sind die sieben Köpfe Leviathans Satans Luzifer. Wer Lügen ausspricht als falscher Zeuge und wer Zwietracht ausstreut zwischen Brüdern ist ein Drachenkopf. ist dämonisch. Müssen wir wissen. Bin ich da angelangt jetzt? Okay. Amen. Können wir jetzt wieder zurückgehen? Offenbarung 12 Vers 4 Und sein Schwanz fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde und der Drache trat vor der Frau die gebären sollte damit er wenn sie geboren hätte ihr Kind fräße Das ist die Gemeinde in der letzten Zeit die wird geboren sie wird geboren wir sprechen von größerer Herrlichkeit diese Frau wird geboren sie wird geboren erinnere dich eine Braut aus den Nationen Jesus ist der Mann Bräutigam und heute hörte ich irgendwo ich weiß nicht Maria gab ihren Leib hin und der Heilige Geist konnte Jesus zeugen und der Herr sagt das auch gibst du dein Leib dem Heiligen Geist hin gibst du dem Wort Gottes dass die größere Herrlichkeit kommen kann gibst du dein Leib hin den man behängt auf den man so schön aufpasst Eitelkeit Stolz Neid Eifersucht Seele gibst du dein Leib hin wie Maria sie hörte die Worte des Engels Gabriels und sie bewahrte jedes Wort und sie wurde schwanger durch den Heiligen Geist und somit werdet ihr schwanger das Wort der Same wird euch schwängern ihr werdet zum Christus hervorgebracht der Christus wird in euch wachsen gib deinem Leib hin das wo du so viel Zeit verbringst oder was dir so wertvoll ist gib dich hin dem Heiligen Geist gib dich hin Gottes Wort und sie gebar einen Sohn einen Knaben der alle Völker weiden sollte mit eisernem Stab es ist Jesus und ihr Kind wurde entrückt zu Gott zu seinem Thron und die Frau entfloh in die Wüste wo sie einen Ort hatte Vers 9 der hatte bereit von Gott dass sie dort ernährt werde dreieinhalb Jahre und es entbrannte ein Kampf im Himmel darauf kommt es mir an 2020 es entbrannte ein Kampf um dich um mich um sieben acht Milliarden Menschen um die Braut um die Gemeinde die Endzeit Gemeinde ist ein Kampf ihr lebt in einem Kampf wann jetzt morgen und wir sind gerade dabei einen Weg zu bahnen der Herrlichkeit Gottes der größeren Herrlichkeit denn darin finden Zeichen Wunder Heilung Dämonen von aus Tote werden aus stehen jeder möchte das und ich zeige dir den Weg und den Preis gib dich hin gib dich hin dem Heiligen Geist Jesus das lebendige Wort und es dann brannte ein Kampf im Himmel Michael ein Kriegsengel ein Kriegsfürst und seine Engel kämpften gegen den Drachen und der Drache kämpfte und seine Engel und sie siegten nicht und ihre Stärke und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel und es wurde hinausgeworfen der große Drache die alte Schlange die heißt Teufel und eine Verführung nimmt zu ich gehe gleich noch weiter Teufel und Satan unter der ganzen Welt verführte und er wurde auf die Erde geworfen Satan ist jetzt im zweiten Himmel es kommt die Zeit dann wird er auf die Erde geworfen dann hast du deinen direkten gegenüber und mittlerweile nimmt die Dämonie so zu und ich sage Volk Gottes Gemeinde wir müssen in einer größeren Herrlichkeit leben weil Herrlichkeit dort ist die Gegenwart Gottes und Gott wird alles richten Krankheit Aussatz Aids Drogen Unreinheit Alles wird liquidiert Ungehorsam Rebellion Zorn Wut Selbsttod und er wurde auf die Erde geworfen und dann steht hier und seine Engel Dämonen wurden mit ihm dahin geworfen habt ihr schon gesehen das ist Apokalypse das wird kommen dann habt ihr eine direkte Konfrontation mit den Dämonen und mit Satan Seid ihr da und von daher weil ich ein Prophet bin weil ich einer den Finger zeige dahin dahin zur größeren Herrlichkeit damit das was wir hier gerade lesen wir nicht mit konfrontiert werden dass du siegst über diese Verführung dass du siegst über das Böse dass du siegst über jeden dämonischen Angriff seid ihr da du wärst dumm wenn du einfach sagst ich gehe doch zu einer Kirche zu einer Freikirche oder irgendeine Kirche es reicht nicht sondern die größere Herrlichkeit muss sich der Gemeinde der Armee Gottes offenbaren so wie Mose um drei Millionen um Milliarden von Menschen herauszuholen zu Jesus zu bringen muss das Feuer kommen muss Blitze kommen muss Donner kommen muss der Wind kommen müssen die Wolken kommen in dem der Heilige Geist ist in dem Fall in dem der Heilige Geist sich bewerbt und das Ganze findet in der Gemeinde statt Amen und somit geht dieses übernatürliche Rat wie in Hesekiel 1 bewegt sich durch Wien bewegt sich durch deine Stadt bewegt sich durch deinen Arbeitsplatz Psychiatrien Gefängnisse und so weiter Kinder werden zu Jesus kommen und das Licht wird jede Dunkelheit wird es wegnehmen du wirst sprechen und Kraft kommt aus deinem Mund alle Krankheit wirst du verurteilen wie Engel 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 und es geschieht es geschehen Dinge weil ihr werdet nicht nur mit dem Fleisch und Blut und mit Fürstentümer Luftkräften oder geistliche Boshaftigkeit an hohen Orten kämpfen weil ihr werdet nicht nur Offenbarung 12 12 9 und es wurde hinaus geworfen der große Drache die alte Schlange es ist mit Dämonen Satan selbst und du wirst sagen raus lass los raus aus meiner Straße seid ihr da das ist total wichtig weil wir jetzt durch diesen Heiligungsprozess durch diesen Herrlichkeitsprozess durchgehen in der heutigen Zeit haben wir es nur mit diesem Thema zu tun letztendlich Dämonie Teufel Unzucht Scheidungen und 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 Abtreibungen Hass Zorn Zank und so weiter wir haben in der heutigen Zeit nur noch mit so etwas zu tun oder so wie ich heute so hörte auch hier so in dieser Stadt man trifft sich schon zum Gruppensex das bedeutet irgendwo sind verheiratete Ehepaare die untereinander einfach sich austauschen und jeder mit jedem das ist hier schon in dieser Stadt das ist hier nicht in dieser Stadt das ist überall ist das so auch in Dänemark da gibt es schon immer keiner der es hier weiß aber das ist eben mein Job als Prophet ein bisschen Licht reinbringen in diese Geschichten da gibt es Busse die geschartert werden aus Europa Amerika überall und dort gibt es Häuser wo du Sex hast mit Tieren und diese Busse sind voll das sind Wochenend Ausflüge in skandinavischen Ländern das ist das ist erst die Spitze des Eisberges von dem was du weißt Kinder Pornografie Pädophile habe selbst einige schon erlebt sie können überall irgendwo überall sitzen oder ich hörte ja das mein Arzt ist auch da der oder der ist da und so weiter und so weiter und dann an einem Tag wird dieser Gruppensex gemacht mit irgendwelchen Leuten untereinander Ehepaare das sind alles Ehepaare das machen die alles in Pools Schwing Schwing Pools jetzt ist noch nicht mal Satan Dämonen sind noch im zweiten Himmel was meinst du wie das aussieht wenn sie auf der Erde sind alle da ich bereite euch vor ihr lieben auf den größten Sieg das kann sein der bei der Bank ist du weißt nicht wo hat der seine Finger Feuer drin gehabt du weißt nicht wo kommt der her ich weiß das selbst aus dem älterlichen betrieb zu Hause barbetrieb prostituierte da saß der Chefarzt der im Pieper ging das ist live was ich sage das ist nicht aus Büchern und jetzt weißt du warum ich so bin wie ich bin und der wurde angepiept Notfall im Krankenhaus jetzt du sollst das die Menschen die jetzt gerade von dem der aus bar kommt mit bar frau Sekt getrunken champagner und 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 geht jetzt weg ein polizist sitzt da da sitzt ein ein banker sitzt da die kommen alle erst ab 0 uhr wenn die proleten wenn das arbeitervolk nicht mehr da ist dann treten die auf weil die wollen ja nicht mit dem arbeiter da irgendwo in bar sitzen amen seid ihr alle da ich rüttel euch ich rüttel alle auch hier im live stream in jesu namen ich habe nicht ein Wort ich habe eine Botschaft eine Siegesbotschaft die dich durchbringt die Säuberung in dein Land reinbringt alle da alle da alle da darum geht es heute nicht nur aber uns müssen die Augen aufgemacht werden aber in der letzten aber in den letzten Tagen sagt uns die Bibel dass der Teufel selbst auf diese Erde fallen wird offenbarung 12 9 unser Gegner der Teufel wird auf diese Erde wandeln jetzt habt ihr gerade gemerkt wenn du nur Schmerzen hast kommt nicht von Gott Menschen die vorzeitig durch Krebs und all das alles was jetzt so unter den Menschen auf der Erde ist die Sünde und dahinter steckt der Teufel Menschen die sich damit eins machen wenn er auf diese Erde wandelt wird seine ganze dämonische Horde die in den mittleren Himmel regiert hat zusammen mit ihm auf die der Erde geworfen ich habe gerade haben wir hier vorgelesen es ist ein Krieg sieben und es entbrannte ein Kampf im Himmel Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen und der Drache kämpfte und seine Engel und sie siegten nicht und er hat alle auf die Erde geworfen ich bereite euch alle vor sollte was sagen wenn du jetzt so lau weiterlebst deine Bibel einfach so liest ich habe ja Bibel gelesen ich habe Losungsheft Losungen wie es die Bibel mit meinem Geist und du musst wissen was auf dich zukommt und viele Christen stecken schon in Dinge drin und es wird zugedeckt und Sünde ist Zielverfehlung die Leute haben keine Kraft die haben nicht die Kraft gegen Geistesmächte anzutreten Dämonen rauszuwerfen seid ihr da seid ihr da hier ich sehe hier wirklich eine Armee ich danke jeden Einzelnen der heute gekommen ist ich bin so dankbar Gott setzt jeden jetzt ein höre die Stimme die Stimme in der Stimme höre Gottes Wort sieh Gottes Wort prüf und frag den Heiligen Geist ob das stimmt aber geh nur durch die Stadt geh nur in eine Unfallchirurgie rein schau dir dort die Unglücke an schau dir an Finger werden abgerissen Beine werden abgesägt Amputationen all das ist nicht der Wille Gottes alle da und wir können es tatsächlich ändern wir können es ändern weil Gottes Kraft Gott ist derselbe gestern heute in alle Ewigkeit Amen 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 dies Amen bringt uns rein Ja mein Gott ja ich will ja ich will ja ich will ich verstehe es ich kapiere es weil ich sehe diesen Desaster ja selbst in meiner Umgebung wenn sie von ihrem Herrschaftsort verstoßen werden wenn sie in ihren großen Zorn auf diejenigen richten, die für ihren Sturz verantwortlich sind. Das müssen wir auch wissen. Sie werden gegen dich vorgehen, weil sie wurden auf die Erde geworfen. Das mag der Teufel nicht, aber wir. Du wirst real etwas gegen das bekommen von Gott. Indem wir wirklich in die größere Herrlichkeit reingehen. Den Preis bezahlen, die Salbung wollen. Denn wenn nicht, wirst du mit den Menschen zu tun bekommen. Du kannst dich gar nicht wegschließen. Du kannst zum Mond fliegen, die wollen noch hinterher fliegen. Sondern du hast in deiner unmittelbaren Umgebung, hast du es mit diesen Menschen zu tun. Und die wollen alles. Die wollen deine Kinder, die wollen deine Ehe, wie bei Solomon Camorra. Als die Engel kamen und wollten Lot rausholen mit seiner Familie, achtköpfige Familie, da wollten sie die ganze Tür einhauen. Gib uns, die Männer. Alles andere lest dort. Weiter spreche ich hier gar nicht in Österreich und Deutschland. Und die Engel schlugen sie mit Blindheit. Seid ihr da? Das ist das, was auf uns wartet. Du sprichst und der Feind ist besiegt. Das ist 2020. Halleluja. Ein Volk will radikal mit seinem Gott leben. Ein Volk will zu einer Armee. Zu einer siegreichen Armee. Die die größere Herrlichkeit in sich trägt. Die größere Herrlichkeit in sich trägt. Rakatabaya. Amen. Jetzt stehen wir auf. Genug ist genug. Amen. Genug ist genug. Oh mein Gott. Ja. 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 Amen. 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 Die Armee Gottes der letzten Tage, hatten wir ganz gerade durchgelesen, Offenbarung 12, 10 bis 12. Der Teufel und seine Gefährten werden so wütend sein, dass sie mit der Frau, dem Überrest der Gemeinde ist die Frau. Der Überrest der Gemeinde, das bist du und ich. Und die jetzt noch dazukommen. Darum dank sei Gott, dass du heute hier bist und das hörst. Wehrt dich durch die Kraft Gottes. Wehrt euch durch den Namen Jesus. durch die größere Herrlichkeit. Deshalb, ihr, die diese größere, seine Gefährten werden so wütend sein, dass sie mit der Frau, dem Überrest der Gemeinde in den Krieg ziehen werden. Deshalb, ihr, diese größere Macht, um mit der ganzen Horde der Hölle zu kämpfen. Zu kämpfen. Zu kämpfen. Ja, aber ich bin so weichst, so labil. Aber wenn du das Wort lange genug in dir verstoffwechselt hast, angesehen, dann wird das Rückgrat Gottes in dir kommen. Dann wird die Autorität Jesus in dir reinkommen. Amen. Und dann wirst du nicht mehr dich beugen und eine Fußmatte sein, wo jeder seinen Dreck abbläht. Sondern du wirst die Fußmatte nehmen und den Dreck zum Kreuz hinschleudern. Amen. Du wirst die Menschen heilen in dem Namen Jesus Christus. Du wirst sie befreien. Tote werden aufstehen. Ja, Katabaya. Halleluja. Was für ein Wort. 2020. Amen. Das wusste ich. Damit hat keiner gerechnet. Halleluja. Ich auch nicht. Halleluja. Gott sagt, ich gebe etwas Durchgehendes euch. Halleluja. Wir müssen ihn frontal angreifen. Das wird euch richtig Spaß machen. Frontal angreifen. Er wird mit großer Wut und großem Zorn auf die Erde kommen und Krieg führen gegen die Überrestgemeinde. Halleluja. Katabaya. Danke, Rainer Bunke. Wir müssen ihn frontal angreifen. Amen. Frontal. Amen. Auch in Sachsen-Anhalt. Amen. Rakataba. All Nation. Übel. Halleluja. Cabrasaya. Halleluja. Thüringen. Open the door. Jesus zieht ein. Okay. Ich dachte, ich kriege etwas für die Sachsen-Leute. Ja. Nicht. Ja. Brummen ist vorbei. Ja. Jesus ist mit dabei. Cabrasaya. Gott liebt dich. Halleluja. Das geht rüber. Das geht rüber. Das geht rüber. Rein. Raus. Krieg führen gegen die Überrest. Und Krieg führen mit der Teufel gegen die Überrestgemeinde. Offenbarung 12, 17. Er wird auch mit den beiden Zeugen Krieg führen und sie überwinden. Das müsst ihr mal lesen. Offenbarung 11, 7. Satan, Luzifer, Diabolos mit seinen Gesellen, die hier auf der Erde sind. Er wird auch mit den beiden Zeugen Krieg führen und sie überwinden. Und wenn sie ihre, wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben werden, so wird das Tier, das aus dem Abgrund herauf steigt, Krieg mit ihnen führen. Das sind die beiden Zeugen, dreieinhalb Jahre hier auf der Erde, kann sie keiner antasten. Wer sie antastet, alles, wenn sie den Mund auftun und sprechen, kommt Feuer raus. Feuer! Feuer! Das ist mein Gott. Der Gott, dem kein Ding unmöglich ist. Amen. Und diese Wahrheit, dieses Licht kommt so stark in allen rein. Und es muss, damit du weißt, dass du weißt, wer er in dir ist. Wenn er in dir ist, dann wirst du dich gar nicht mehr wehren. Du wirst Schnipp machen und es geschieht. Und ich bringe euch gleich Bibelstellen, wenn wir unseren Mund öffnen, was wir dadurch, dass wir tun können. Aha! Ja, ich freue mich, Herr. Ich freue mich, dass du mir einen Mund gegeben hast. Einen Mund. Ohren. Augen. Alles das kommt für ihn auch vor. Wenn also der Teufel herabsteigen und die Gemeinde der letzten Tage mit großer Wut angreifen wird, hörst du, er wird angreifen. Von daher ist es wichtig, dass die größere Herrlichkeit in dir wohnt. Weil er wird dich angreifen. Er hat Jesus auch angegriffen. Er wird angreifen und darum werden die Gemeinden. Er wird Zeins, Wunder, Miracles, Engel werden sein, Dämonen werden ausgefahren, werden ausgetrieben. Amen. 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 Das ist Standard überall. Auf den Straßen, auf den Plätzen, überall. Amen. Das Kingdom, das Königtum Gottes ist mitten unter uns. Dämonen fahren aus. Amen. Das wird eine Gemeindestruktur. Wow, 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 wow. Er wird sie immer wieder angreifen. Aber so wie im Kasperle Theater bei Tritra, Trulala, kriegt er immer einen mit dem Stock auf den Kopf. Boom, 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 boom. Und am Ende siegt die siegreiche Gemeinde. Ich will nicht sagen Kasper. Halleluja. Halleluja. Ich glaube das. Weil Gott sagt, prüf mich, ob ich lüge. Ich glaube dem Wort mehr, weißt du warum? Mach nur einen Schritt nach draußen. Geh nur mal in bestimmte Straßenzüge rein. Da wirst du ganz schnell wieder hier zurückrennen und sagen, wow, wow, wow. Und dann nimm mal deine beiden Jungs mit. Oder nimm mal deine Kinder mit. Und ich zeige dir irgendwelche Gassen. Ich kann dir irgendwelche Gassen oder Straßen zeigen. Da würdest du Angst kriegen. Da würdest du nicht reingehen. Wenn es dunkel ist, würdest du da gar nicht hingehen. Halleluja. Dank sei Gott. Ich bin klug, nicht dumm. Ich trinke nicht Rum. Sondern ich gehe zum Wort Gottes. Und ess und trinke Gottes Wort. Halleluja. Halleluja. Wenn also der Teufel herabsteigt und die Gemeinde in den letzten Tagen mit größerer Wut angreifen wird. Wie wird die Gemeinde damit umgehen? Der Teufel wird den Antichristen und den falschen Propheten mit großer Kraft salben. Auch er hat ein Öl. Auch der Teufel hat ein Öl. Er salbt den Antichristen und den falschen Propheten. Offenbarung 13, 4 und 5. Schreibe auf und prüft es. Der Teufel salbt seine Leute. Wir salben auch unsere Leute. Amen. Wir legen Hände auf. Wir nehmen das Öl. Das Öl. Aus Glauben und salben Menschen. Mit dem Segen Gottes. Mit dem Wort Gottes. Amen. Er hat seine Helfershelfer. Und sie betet den Drachen an, weil er dem Tiere die Gewalt gab. Könnt ihr das sehen? Luzifer gab dem Antichrist, dem Tier, Gewalt. Und sie beteten das Tier an und sagten, wer ist dem Tier gleich? Das sind satanische Mächte, Gewalten, Fürstentümer. Und wer vermag mit ihm zu kämpfen? Als Mensch kannst du nicht gegen ein Geisteswesen kämpfen. Sondern ein Geisteswesen besiegt man im Geist. Glaube. Power. Wolke. Feuersäule. Und es wurde ihm ein Mund gegeben, der große Dinge und lässt sich umredet. Und es wurde ihm Gewalt gegeben, 42 Monate zu wirken. Hier brechen wir ab. Könnt ihr das sehen? Könnt ihr das sehen? Das ist seine Mannschaft. Die sind sehr klar strukturiert. Satanische Mächte, Gewalten und Fürstentümer. Da ist Ordnung drin. Und darum kommt jetzt in die letzte Gemeinde, die letzte Armee, kommt eine Ordnung rein. Gottes Ordnung. Amen. Amen. Da wird auch das Öl reichlich fließen. Amen. Halleluja. 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 Und die Köpfe derer werden rollen. Wie willst du mit so großer Macht umgehen, wenn du nur die Salbung des ersten Jahrhunderts besitzt? Das heißt davor. Es ist vorbei. Jetzt kommt Neues. Warum rufst du dich auf der Salbung vor zehn Jahren? Oder wenn du die Bücher liest, Abraham, Abraham, Isaac, Jakob. Warum rufst du dich darauf, König David, Salomon? Warum ruhen wir uns auf diese Sätze? Wir lesen, wir lesen, machen zu und sagen, wow. Diese Salbung wurden den Leuten im Alten, auch im Neuen Testament, die 2000, die 120 im Ober gemacht. Was rufst du dich darauf auf, wenn du liest, einfach Apostelschichte 2, 1 und 2, Pfingsten. Warum rufst du dich auf dieser Salbung aus? Die Salbung ist vorbei. Haben diese 120 bekommen. Amen. Geht weiter, Volk Gottes. Geht weiter. Wann? Jetzt. Kairos. Jetzt. Jetzt. Es kommen neue Salbungen, die sind stärker als die von damals. Amen. Die Salbung wird so stark sein, dass Lästerungen, der Antichrist, kann nicht dich töten. Amen. Er kann nicht dich zerquetschen, nur was weiß ich, was er sich anfallen lässt. Könnt ihr das sehen? Auch alle Geschäftsleute, alle, alle. Holt eine neue Salbung. Holt euch heute die neue Salbung. Crossover. Wir brechen rein in eine neue Salbung. Halleluja. Jetzt. Zeichen der letzten Tage. Und jetzt gehen wir, jetzt habt ihr gesehen. Warum? Was jetzt kommt. Wozu? Warum? Joel 3, 3 und 5. Joel 3, 3 bis 5. Zeichen der letzten Tage. Joel 3. Und es wird geschehen, an jeder, der den Namen Jahwes anrufen wird, wird errettet werden. Jetzt gebe ich euch einen Punkt. Das wurde gerade auch so gesagt. Aber ich bin noch einen Schritt weiter, was da jetzt wirklich steht. Und es wird geschehen, ein jeder. Und ich spreche von der neuen Armee. Wenn du dazu gezählt werden möchtest, ein jeder, nämlich diese Gemeinde der größeren Herrlichkeit, der den Namen Jahwes anrufen wird, wird errettet werden. Hier meint das Wort nicht nur erretten. Du bekennst deine Sünden und du wirst ein neues Kind. Du wirst errettet von dem Antichrist. Du wirst errettet von Armut. Du wirst errettet von Krebs. Du wirst errettet von den Dämonen, die auf der Erde geworfen sind. Das meint die Schriftgarde da. Amen. Es geht nicht darum, dass du deine Sünden bekennst und du das ewige Leben bekommst. Das ist der Zutritt, der Eintritt in das Reich Gottes. Wird errettet werden von Lucifer, vom Teufel. Dein Geschäft wird errettet. Dein Leib wird gerettet. Alles, was er plant, wirst du errettet. Wirst du errettet. Wirst du errettet. Errettet. Mein Haus wird errettet. Meine Ehe wird errettet. Der kann da nicht rein mehr. Das meint die Schrift. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem, diese Burg Zion, denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird errettet sein, wer Jahwe gesprochen hat und unter dem übrig gebliebenen, welche Jahwe berufen wird. Das ist noch, das ist jetzt. Das ist noch Zukunft. Das ist die zweite Ausgießung des Heiligen Geistes. Könnt ihr das sehen? Joel 32 ist ein prophetisches Wort, was noch nicht in Erfüllung gegangen ist. Weltweite Ausgießung des Heiligen Geistes. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Selbst Israel und Jerusalem und ich freue mich, dass wir dieses Jahr in Israel waren. Nächstes Jahr wollen wir wieder in Halleluja. Und Gott hat mir heute auch gesagt, Sohn, mein Volk wird Jeschua, Maschiach annehmen. Erwitz, sie werden ihn annehmen. Israel bricht durch. Israel bricht durch. Wir durchbrechen. Wir durchbrechen. Halleluja, Halleluja. Unser geliebter ältester Bruder kommt, ist jetzt an der Reihe, wie Jahwe gesprochen hat und unter den übrig gebliebenen, welche Jahwe berufen wird. Alle, die jetzt noch übrig geblieben sind, die jetzt von den Heiden und Juden noch dazukommen, Halleluja, werden errettet. Werden errettet. Vor dem babylonischen System. Vor dem Antichrist. Halleluja. Sie werden nicht das Zeichen an den Stil nehmen. Du wirst errettet. Du wirst errettet. Engel werden kommen und werden dir Lebensmittel bringen, Halleluja. Engel werden kommen. Engel werden kommen. Halleluja. Seid ihr da? Ja. Das ist wirklich eine Endzeitbotschaft. Und jetzt wird hier eine Armee gerade zusammengestellt. Und darum sitzt du und ich hier. Darum ist das heute hier. Darum bist du hinter der Linse. Hier mit uns im Raum des Geistes. Sehen und hören. Halleluja. Drei bis fünf. Drei bis fünf ist es schon. Okay. Diese Verse geben Hinweise auf die letzten Tage. und die letzten Tage sind schon angebrochen. Amen. Der Anfang ist gewesen mit Jesu Erscheinen und Pfingsten. Wir sind in der letzten. Wir sind in der letzten. 2020. Und wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das bedeutet, dass jeder, der den Namen des Herrn, Jesus anruft, von der Sünde gerettet wird. Erstens, aber zweitens, Vers fünf, bedeutet eigentlich, eigentlich, sag eigentlich, dass sie geschützt werden. Du wirst geschützt. Beschützt. Von Leviathan. Du wirst beschützt. Du bist das antigöttliche Reich. Du wirst davor beschützt. Von allen Dämonen. Von allen Bösen. Von Krankheit. Von Pest. Du wirst beschützt. Wer in den letzten Tagen den Namen des Herrn anruft, auch inmitten der Gruben, Dunkelheit und Bosheit, bleibt beschützt, geschützt. Wer den Namen Jesus ruft, Retter, Heiland, Erlöser. Jesus, Jesus, Jesus. Da war mal einer, ein Staubsauger Vertreter, original passiert. Der klingelte an einer Tür. Und er wollte diese Frau für gewaltigen. Und sie guckte, machte die Tür auf. Er steckte seinen Fuß in die Tür, dass sie nicht zumachen konnte. Und sie sah auf einmal, dass sein ganzes Gesicht sich veränderte. Und sie wusste sofort, er will sie missbrauchen. Und es war eine Christin und sie schrie, Jesus. Und der ganze Mann schmiss seinen Staubsauger hin, rampte weg. Und sie hat ihn nie wieder gefunden. Amen. Eine andere Frau war in der Telefonzelle. Solche Berichte habe ich früher immer gelesen. Das sind uralte Berichte. Aber ich wollte immer, der Name Jesus hat Kraft. Ich war immer hinterher. Viele, viele Mitgänger. Damals wusste ich noch nichts von der Armee. Ich wollte viele, viele Leute gewinnen, die einfach den Namen Jesus verbreiten auf dieser Erde. Und die war in der Telefonzelle auch wieder so einer. Und sie kriegte panische Ängste und sie schrie den Namen Jesus. Schaum vom Mund, der Mann. Er rannte weg in die Dunkelheit. Jesus ist dein Beschützer. Der Name Jesus. Der Name Jesus. Der Name Jesus. Jetzt in unseren Familien. Der Name Jesus. Sprech den Namen Jesus in deine Familie rein, hör ich. Jesus in deine Familie. Jesus, Enkel, Kinder, Kinder. Jesus, Jesus in deine Ehe. Jesus, Jesus, Jesus. Männer, die sich an Frauen dran machen, die feierend sind. Jesus, Jesus ruft über deine Frau aus. Und die Frau ruft Jesus über deinen Mann. Jesus, Jesus, Jesus. Schutz, Schutz in meine Ehe. Schutz über meine Frau. Schutz über meinen Mann. Jesus, der Name Jesus. Der Name Jesus. Halleluja. Halleluja. Und danach wird es geschehen, dass ich in meinem Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Mensch, das kommt jetzt. Darauf warten wir. Und ich hörte heute Morgen. Ich habe in Zungen gebetet heute Morgen. Und dann hörte ich Europa, Europa, Europa. Er sagt Gott. Er sagt Europa. Und jetzt in Rosenheim hörte ich das Wort, und in Bayern, das ist ja da unten Rosenheim am Chiemseele, hörte ich Dreieck. Deutsches Dreieck. Deutsches Dreieck. Und ich hörte, in Europa gibt es, glaube ich, 43 oder 48 Dreiecke. Deutschland, Schweiz, Österreich, Schweiz. Deutschland, Belgien, Brüssel, Frankreich, Deutschland, Niederlande. Also es ist sagenhaft. Und Gott, und ich sage Gott, und ich sagte zu einem, auch hier Klaus, ich sage, kümmere dich darum. Und ich habe heute Morgen, sechs Uhr, habe ich geguckt, Gott. Und ich wusste, wir werden diese Dreiecke besuchen. Tschechoslowakei. Ungarn. Polen. Wir werden überall reingehen, auch in die Ostblockländer. Amen. Hört, hört. Aber erst dann wird Gott es geben, wenn die Armee, wenn die größere Herrlichkeit in dir und mir vorhanden ist. Vorhanden ist. Amen. München. Vorhanden ist. Amen. Wenn es so nicht ist, sei so lange einfach hier und höre, 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 bis es in deinem Leben, sein Leben drin ist. Amen. Italien, Südtirol. Hört es einfach. Und ich hörte das. Europa, 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 Europa. Wir werden nach Europa gehen. Amen. Und ich hörte genauso, Dreieck, genauso gibt es auch europäische, skandinavische, skandinavische Länder, die aneinander gedockt sind. Amen. Halleluja, Schweden, Finnland. Halleluja, Halleluja, wie war es das? Norwegen. Halleluja, Halleluja. Wir werden reingehen, dass du bekommen hast. Wir werden da reingehen. Wir werden überall reingehen. Amen. Amen, 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 Amen. Wenn die große Herrlichkeit kommt, werden Finanzen freigesetzt. Werden unsere Geschäfte mehr laufen. Weil alles beschützt, geschützt und beschützt ist. Amen. Amen, Amen, Amen. Bulgarien, 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 Bulgarien. Halleluja. Kümmer dich drum. Dreieck, Dreieck. Da. Diese drei Länder. Bete dafür. Bete darüber. Amen. Amen. Halleluja. Ungarn, 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 Ungarn. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja. Lasst uns primär Nummer eins ist, nach der größeren Herrlichkeit ausstrecken. Herr, dass wir einfach, wir geben unser Leib hin. Unseren geistlichen, aber unseren physischen Seelen, unser Denken. Wir geben uns Gottes Wort. Seid ihr da? Ja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Also, diese Botschaft tut mir nicht leid. Amen. Wow. Das ist ein Knaller. Der Teufel, ich sehe, wie der Raketen, das geht zwischen den Beinen unter seinem Hintern. Der geht permanent. Die wissen gar nicht mehr, wie sie ihre Pinocchio-Beine bewegen. Amen. Halleluja. Tata Bayer. Ja. Jesus ist der Boss. Jesus ist unser Erlöser. Und eure Söhne und Töchter werden weiß sagen, eure Greise werden Träume haben, eure Jüngeren werden Gesichte sehen. Nur der Überrest wird in den letzten Tagen mit zwei Arten von Macht überhäuft werden. Das ist das prophetische Wort. Merkt euch das. Lest es durch. Geht da rein und sagt, ja Gott, ich will das, ich will das. Guckt dir die Landkarte an. Guckt dir aber zuerst an, werde stark in deinem Gott. Amen. Bevor du da losrennst und dir eine Watschen einholst, geht zum Wort. Werde stark in deinem Gott. Okay. Hallo, prophetisch. Jetzt wird es spannend. Halleluja. Zwei Arten von Macht. Hier geht es um Macht. Eine Macht ist prophetisch. Jöl 3, 1, 2 und 5. Und zwar, das überschlagen wir. Schreibe auf. Deine geistlichen Augen werden geöffnet. Und das hatten wir im Lied. Deine geistlichen Augen werden geöffnet, um Visionen von Gott zu sehen. Um Visionen von Gott zu sehen. Die Macht, die Macht, die Salbung für die letzte Gemeinde, für die Armee. Setz deine Augen frei. Mach deine Augen offen. Zweite Könige 6, 17. Zweite Könige 6, 17. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Zweite Könige 6, 17. Zweite Könige 6, 17. Zweite Könige 6, 17. Zweite Könige 6, 17. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen. Und er sah und siehe, da war ein Berg voll Feuerrosse und Wagen um Elisa. Könnte es sehen. Ein Mann Gottes, du willst sprechen. Du merkst dir das wieder. Mund kommen wir gleich auch noch. Mehrere Bibelstellen. Mund, Mund, Mund. Du willst sprechen. Und was du sprichst, kommt. Obwohl Unglauben in einem anderen ist. Obwohl dies und jenes nicht ist. Aber Gott sagt, sprich Sohn. Sprich Tochter. Sprich Armee. Sprich. Gott, öffne ihm die Augen, dass er sieht. Sie waren belagert. Der Dämon und Teufel und alles ist um dich herum. Alles scheint chaotisch zu sein. Alles tut weh. Öffne dir die Bibel. Sprich Gottes Wort gegen deinen Körper. Sprich Gottes Wort gegen deine EC-Karte. Sprich Gottes Wort in deine Ehe rein. Deine Kinder. In dein Land. Halleluja. Halleluja. Bin ich der Einzige hier? Halleluja. Halleluja. Amen. Zweite Könige 6, 17. Könnt ihr das sehen? Öffnete Jahwe die Augen des Knamm. Und er sah Feuergerosse. Und ich sage dir, viele denken, Elia wurde da, als er abgeholt wurde mit der Feuerkutsche. Sollte was sagen? Von denen gibt es noch viel mehr. Elia hat sie auch gesehen. Da ist nicht ein Wagen, sondern viele. Ich höre Millionen. Also aufi. Feuerwang. Feuerwang. Feuergerosse. Halleluja. Boah, langsam wird es bei mir. Halleluja. Könnt ihr das sehen? Hunger und Durst. Das ist das. Das ist die Kraft gegen Luzifer. Das ist die Kraft gegen das Babylonische Reich. Das ist die Antwort. Volle Kutsche. Wenn du die siehst, dann ist ein anderer Glaube da. Dann bist du ein Zeuge. Amen. Ich will sie sehen. Ich will sie sehen. Alle sagen Weihnachten, Santa Claus. Ich habe gesagt, im Auto, wenn wir von der Gemeinde gefahren sind in die Hütte, ist er. Oh Herr. Wie gerne würde ich meinen Wagen tauschen gegen so eine Kutsche. Und dann waren wir da, wir wollen die Feuerkutsche, die Feuerkutsche, die Feuerkutsche. So müsste es sein. Im Auto, durch die Feuerkutsche, Feuerkutsche. Und dann hältst du, viele wissen nicht, wie man es macht. Zweite Könige 6, 17. Halt es vor deinen Augen. Geistesaugen. Mit deinem Denken, 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 Lenken, 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 Denken. Denken, Lenken, Lenken, Denken. Aber eines musst du mir versprechen. Wenn du in der sitzt, musst du sagen, kürzen wir eben ab, fangen wir eben nach Oberösterreich. Da ist einer, der unbedingt mit will. Halleluja. Ich sage dir, du, wenn du da durch das Rotlichtmilieu mit so einem Feuerkutsche fährst, ich sage dir, das Feuer wird da reingehen, in jedes Bordell. In jedes Bordell. Halleluja, Katabaya. Halleluja, Halleluja, Halleluja. So eine Feuerkutsche über Krankenhäuser, Psychiatrien, Altenheime, da Sonderschulen. In Kitsunam. Das ist Herrlichkeit. Herrlichkeit geht von den Pferden aus. Amen. Ich mag gar nicht, aber wir werden erweitert, was so eine Kutsche oder Pferd alles kann. Wie du wirklich von so einem Stundenkilometer auf 70 rennen kannst. Sag nur Pferde. Halleluja. Also es gibt im übernatürlichen Bereich nichts, was es nicht gibt. Amen. Es ist höchst interessant. Die Gemeinde wird sehr interessant werden. Amen. Du wirst interessant, wenn du 70 Stundenkilometer durch Wien läufst. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, jawohl, jawohl, jawohl. Herr Freude, 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 Freude. Herr Freude. Trinkt! Geistliche Augen werden geöffnet. Geistliche Ohren, hattest du auch für ihn gesungen, geistliche Ohren werden geöffnet, um die Stimme Gottes zu hören. Geistliche Ohren werden geöffnet, um die Stimmen zu hören. Es gibt Stimmen im Denken, die du nicht hörst, aber du hörst sie. Ihr könnt Geräusche hören im Geist, die kilometerweit entfernt sind. Und wir wussten nicht, was er hatte, er hörte ein Summen, was in seiner Riesengemeinde irgendwo, und er ging hin, er hörte, er hörte, machte so. Und dann war er da, und dann hat er die Dämonen ausgetrieben. Diese Insekten-Dämonen. Amen. Auch ein Überbreizel von meiner Bibel, sehe ich gerade, fukurte ich hier rein. Offenbarung, okay. Eins. Übernatürliches Hören. Ich hör mal. Übernatürliches Hören. Ja, 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 bremm ich rein, bremm ich rein, bremm ich rein, bremm ich rein. Ja, 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 jetzt, ja, jetzt, ja, jetzt, ja, 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 ja. Komm,ワша, Katabaya. Rakata, wharika, wha、 Katabaya, wha, Katabaa, wha, Katapapa, wha, Katapapa. Behn in Zungen, behn in Zungen, behn in Zungen. Geh rein, geh rein, geh rein in diesen Raum. Übernatürlich. Ich gebe uns drei, drei Wortzitate, nämlich Hörn und dein Mund. Dein geistlicher Mund wird geöffnet zum Prophezeien. Josa 6,20, jeder in dem Raum, wenn du noch selbst dich profilieren musst, eigene Anstrengung, eigene Kraft, dann bist du noch weit entfernt von der Armee. Dann hast du nicht diese Augensalbe, dann hast du nicht die Ohrensalbe und du hast die Salbung nicht für den Mund. Weißt du, du musst eines wissen, die Gemeinde ist schwach, weil sie keine Ahnung hat von Augen, von Ohren und vom Mund. Es ist keine Kraft. Sie fluchen, sie preisen und fluchen alles mit derselben Zunge. Keine Kraft. Die Zunge, auch unser Denken, das ist mit etwas, was sich immer wieder stark trainiert, muss trainiert werden, muss unter Zucht genommen werden, unter Disziplin. Joshua 6,20, wir sind, wenn du Salbe hast im Mund. Und das Volk erhob ein Geschrei. Jericho galt als uneinnehmbar, aber Gott hatte zuvor gesagt, auch im Wort, das und das Land werde ich euch geben. Sie haben nicht gezweifelt. Ihr dürft nicht zweifeln, auch wenn die Umstände negativ aussehen. Ihr dürft nicht zweifeln. Und wenn die Mauern noch so hoch sind und wenn darauf noch die Wächter sind und irgendwelche Menschen oder du, dein altes Ich und sagt das und das und das, nämlich Unglaube. Tut es nicht. Sondern hier gebe ich dir eine Salbe, hat Gott, für die letzte Armee, eine Salbung, eine Salbe für den Mund. Und jetzt pass auf. Und das Volk erhob ein Geschrei und sie stießen in die Posaune, schof er eigentlich und es geschah, als das Volk den Schall der Posaune hörte. Was haben wir erlebt, als Esther geblasen hat? Sie machte die Augen zu. Ja, wie komme ich in den Himmel? Mach deine Augen zu und halte das Wort nur im Kopf. Mehr nicht. Du bist dann da, wo du, was du gerade denkst. Denkst du an einen Idiot, ja, dann stehst du, dann bist du in dem geistlichen Raum von Verwirrung. Sondern hab, Josef war 26, darum war dieser Mann so erfolgreich. Er hat jede Schlacht gewonnen, weil er hatte Gottes Anweisung in seinem Denken. Immer haben, auch wenn ich es noch nicht sehe. Wir haben für Rollstuhlfahrer, sind wir gegangen auf der Straße, vielen Jahren schon. Wir haben angehalten, da dürfen sie beten. Die Eltern sagen selbstverständlich zu ihrem Sohn. Er stand nicht auf. Aber eines haben wir gemacht, mein Freund und ich. Wir haben für den Nächsten gebetet. Und dennoch sage ich, Rollstuhlfahrer werden aufstehen. Rollstuhlfahrer werden aufstehen. Und als ich mal irgendwo in einem Dorf war, da ging ein Outfit an, ein gutes, schönes Auto. Und der Vater stieg aus und machte die Tür auf. Und da war ein achtjähriger Junge drin. Und er holte einen Kinderrollstuhl raus. Ich ging durch. Ich war am Vibrieren. Und er holte ihn sehr liebevoll raus. Also, da muss man weinen, das ist sehr herzzerreißend. Und da habe ich noch tiefer, noch tiefer in mir reingeschraubt. Rollstuhlfahrer werde ich rausholen. Mein Herz zerbrach und Gott sagt, mach nicht so. Was auch immer mir fehlte. Ich hatte nicht ausreichend Salbung. Ich würde sagen, komm raus. Jesus hätte den sofort rausgeholt. Also muss ich mehr zu Jesus. Weil er kann das in mir. Und da ist es noch tiefer reingekommen, vor vielen, vielen Jahren in meinem Leben. Immer zu beten. Ich werde nie aufgeben. Gott ist kein Aufgeber. Gott ist die Antwort. Jesus Christus. Und ich bin so dankbar jetzt, dass der Herr das eröffnet hat mit dieser Salbung. Wie kommt Autorität in mein Leben hinein? Und von daher das. Ich habe jetzt das dritte Stück, worüber ich spreche. Weil vor Jahren kamen zwei Engel der Herrlichkeit zweimal zu mir. Und sie sagten, Bahn der Herrlichkeit einen Weg. Daher kommt alles. Und so weiter und so weiter. Und ich konnte nichts anfangen. Sie haben nichts gesagt. Weil wahrscheinlich hätte ich nichts damit anfangen können. Oder ich hätte da nicht mit umgehen können. Ich bin stolz. Weil Gott will unsere Herzen. Und somit hat das Jahre gedauert. Und jetzt bin ich so dankbar, Ende dieses Jahres, dass ich das kriege von Gott. Dass er mir jetzt einen Weg zeigt, aber nicht für mich, sondern er sagt, ich möchte für alle. Dass alle eine Salbung haben, dass alle eine Salbung haben, alle stark werden, alle durchkommen, keiner verloren geht. Alle ihren Lohn, ihren gerechten Lohn im Himmel bekommen. Amen. Und darum auch El und ich, darum bin ich so dankbar für alle unsere Kinder und für euch. Ihr macht wirklich alle mit. Ihr nehmt auch Strapazen auf euch. Ihr setzt euch ins Auto, ihr mietet ein Hotel, ihr fahrt Stunden. Aber letztendlich, wenn du Jesus siehst am Kreuz, ich habe nur sein Dornen gekrühtes Haupt gesehen in Kolumbien, im Hotel. Dann ist das, was wir hier machen, gar nichts. Versteht ihr? Das ist Urlaub. Drei Stunden für jeden Fall. Das ist gar nichts. Kein Geld kann bezahlen. Der ist gestorben. Tod. Aber er hat geglaubt, weil die Schrift sagt, am dritten Tage werde ich ihn auferwecken. Und dein Leib wird nicht die Verwesung sehen. Da hat er dran geglaubt. Er war komplett Mensch. Darfst du nicht vergessen. Und von daher ist es eine große Ehre, hier zu sitzen, Stunden zu fahren. Dank sei Gott. Ich tue es gerne, Jesus. Versteht ihr? Wir können Häuser verkaufen. Oder dies oder das. Du bist hier. Du übst Verzicht. Danke, Jesus. Wenn du siehst, eigentlich, es gibt ja die Kreuzigung, den Film ist untertrieben. Er sah viel schlimmer aus. Ich bin komplett zusammengebrochen. Das ist ein Gefühl, man kann das nicht beschreiben, ein Gefühlscocktail zwischen Schreien, weinen und die Gefühle, die total in dir durcheinander sind. Also die Psyche dreht komplett durch. Bad abgerissen. Und er konnte gar nicht mehr sprechen und er hauchte nur, willst du für mich gehen? Darum, überall knie ich, wenn ich bin, sagt Gott hat mir versprochen, überall du bist, ich werde dir immer ein Wort im Mund geben. Und bis heute habe ich es eingehalten. Wenn wir alle wüssten, Jesus würde jeden von uns die Hand schütteln und sagen, danke, danke, dass ihr geht. Gott, weil die Ernte ist groß, der Arbeiter weniger, bittet den Herrn, der Ernte, den Heiligen Geist und Mitarbeiter, das so am Rande. Er ist nur gut. Er ist sehr gut. Und er kann nicht anders als in Segen denken. Also alles, was wir gerade hören, ist der Ausweg, der Eingang und Ausgang Segen. Fülle. Überfluss. Und dann Ewigkeit noch, da habe ich mich so gefreut. Krone der Gerechtigkeit. Das ist die erste, das ist ein hohes Recht. Er starb. Für dich, für mich. Und gab mir sein Leben. Ewigkeit. Und dass wir das glauben, das kommt auch wieder von Gott. Selbst das können wir nicht. Selbst das ist Gnade. Josef war 6,20. Könnt ihr das sehen? Und das Volk stieg in ihn an und hat jeder gerade vor sich hin und sie nahmen die Stadt ein. Also ein großes Geschrei. Könnt ihr das sehen? Gott hat gesagt, Posaune blasen und Geschrei machen. Und so ist das auch, euer Mund. Wir werden hier irgendwo stehen. Und dann kann Gott sagen, schrei. Und der Mensch ist frei von Krebs. Wir schauen uns das nächste an. Es lohnt sich. Hesekiel 37,9 bis 10. Hesekiel 37,9 bis 10. Da geht es um das Israel, um die toten Gebeine. Israel ist auf der Agenda Jesu Christi. Ich habe das so immer gehört. Ich habe mich so gefreut für Israel. Und ich war jahrelang nicht da. Und jetzt so ein Zugsmann. Das Herz Gottes ist komplett offen für Israel. Komplett. Und Israel ist auf der Agenda Jesu Christi. Und Hesekiel war da von dem geistlich toten Israel. Und Gott sagte, sprich zu dem toten Gebein. Sprich. Sprich. Und er sprach. Und er sah, dass Leben reinkam. Könnt ihr das sehen? Wir werden, unser Mund ist sehr unter der Disziplin von Wort und Geist. Wort Gottes und Heiligen Geist. Dann kann Gott sagen, sprich Einsatz. Bewege deine Hand so. Und es geschieht. Früher auch. Es war jemand, der war sehr kriminell. Der war, glaube ich, 15 Jahre alt. Keine Arteningel, kein Pädagoge, nichts. Ich kam in die Jugendstunde. Und er sagte, der Heilige Geist, das ist das Wort. Er sagt, berühre ihn nur mit deinen Fingern und geh weg. Ich setze das frei. Eine größere. Etwas größeres. Nicht, dass du fünf Sätze sprechen musst. Wir werden, Ohren werden hören. Ohren werden hören. Ich sage das zur Ehre Gottes. Er sagte, nimm nur deinen Zeigefinger, exakter Gott. Berühre ihn und geh weg. Und dann riefen die Eltern diesen Pastor an, Pfingstgemeinde. Und dann haben die gesagt, da war einer mit langen Haaren, bunte Hose. Und der war in der Jugendstunde. Und der hat nur unseren Sohn, der hat gesagt, der hat nur so Piks gemacht, ging weg. Und dann sagte der Pastor, ah, ich kenne ihn. Der war 100% befreit von Rebellionen, von diesen kriminellen Dämonen. 100%. Das ist 100%. Er blieb jahrelang. Der hat sich sofort die Bibel geholt von den Eltern, die waren wiedergeboren. Die wurden nicht Herr über ihn. Der war außer Rand und Wand, dieser Junge. Und dann hat er die Bibel nicht eingeschlossen. Die Eltern haben schon Panik gekriegt, Pfingstler. Er war im Zimmer und las Bibel. Es war ungewöhnlich. Und er blieb frei. Er hat nie wieder Autos aufgebrochen. Er hat sofort, nur du hörst und habe gesagt, bei Mario habe ich gesagt, riechen. Ich werde mehr und mehr, werde ich euch die Dinge aufschließen. Wir gehen da rein und dann werden wir die Dinge erleben. Wir werden ein Zeugnis haben. Ein Finger reicht, wenn du es, was du hörst, setz es um. Es funktioniert. Es funktioniert. Es funktioniert. Es funktioniert. Und genauso riechen. Wenn das geistliche Riechorgan wirklich unter Salbung kommt, dann kannst du Krebs riechen, aber noch viel mehr. Kinder oder irgendwelche, die verschleppt wurden, die verschleppt wurden und keiner weiß wo, in den Wäldern oder irgendwo, dann riechst du wie ein Hund. Und du findest sie. Und du wirst sie finden. Ja! Unser Jesus kann alles. Wir haben nur solche Sachen nicht so gehört. Wir haben es, es gibt nicht viele, die Ahnung haben von diesen Dingen. Wir sprechen von dem Geistesmensch und den fünf neuen Sinnen. Ja, wozu ist die Nase denn da? Und es wird eine ausgebildete Geistnase sein, wo du Leute, die irgendwo weggeschlossen wurden, die irgendwo missbraucht wurden, du willst Drogen, du willst Dinge auf, du willst sie riechen. Du willst riechen, Betrug. Ich sage dir, den Teufel rieche ich manchmal. Dann weiß ich ganz genau, vorsichtig, die wollen mich betrügen. Weil ich rieche den Gestank, den Schwefel. Amen. Amen, amen. Geistliche Nasen, jetzt haben wir Nasen, Nasen frei. Frei, frei, frei. In Kisunam, in Kisunam. Frei, 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 frei. Herr, ich komme rein. Geistliches Riechen, geistliches Riechen. Man sagt, der hat einen Riecher, eine Nase. Ja. Merkt ihr? Die wird entwickelt in der Armee. Halleluja. Und dieser geistliche Mund. Hesekiel, der spricht. 2. Mose 7, 26. Ja. Ja, danach machen wir Lobpreis. Weil es geht nur weiter. Es wird jetzt nicht mehr abbrechen, diese übernatürlichen Sachen. Wir müssen hier voll rein. Wir werden voll ausgebildet. Dämonen werden ausgebildet auf einer anderen Qualität und Höhe. Die fünf geistlichen Sinne werden aktiviert. Der Antichrist mit seinem Marktzeichen wird nicht bei uns landen. Unsere Geschäfte werden laufen. Schade, aber das ist nicht schade, es ist so. Geldhörtig wird freigesetzt. Es gibt Worte und der Herr sagt, ihr werdet sprechen und ihr werdet Erfolg haben. Ihr werdet Erfolg haben. Die Armee Jesu Christi hat Erfolg. Was sie anfasst, wird gelingen. Was sie anfasst, wird gelingen. Was sie anfasst, wird gelingen. Angst wird gänzlich rausgeworfen. Angst ist ein Spirit. Angst ist ein Dämon. Ist ein antigöttlicher Dämon. Ist nicht Jesus. Ist nicht der Heilige Geist. Sind nicht die Engel Gottes. Amen, 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 Amen. Halleluja, Halleluja. Hier werden Kräfte jetzt freigesetzt. In der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Es ist phänomenal. Und wir brauchen das dringend. Amen. Die Gemeinde wird eine sehr disziplinierte Gemeinde. Eine leidenschaftliche, hingegebene Gemeinde sein. Halleluja, Halleluja. Und 2. Mose 7. 7 ist es. 2. Mose 7, 26. Und Jahelu sprach zu Mose. Gehe zum Pharao hinein und sprich zu ihm. Lass mein Volk ziehen, dass es mir dienen. Mehr wollte er gar nicht sagen. Amen. Merkt ihr, ihr werdet Worte bekommen. Übernatürlich. Der Raum ist heute hier aufgeschlossen. Brüder und Schwestern, Mensch, der du da bist. Der Raum ist aufgeschlossen. Der übernatürliche Raum. Der Raum ist aufgeschlossen. Durchbruch, Durchbruch, Durchbruch. In deinem Mund wird Gott ein Wort reilesen. Lass mein Volk ziehen. Amen, 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 Amen. Wir werden noch irgendwen kommen, wo Leute weggeschlossen sind in Gefängnisse. Wir werden mit Engeln da so reingehen durch die Gitterstäbe. Halleluja. Wir werden die so rausholen. Halleluja. Das ist die Gemeinde der Endzeit. Das ist die Gemeinde der Kraft. Das ist die Gemeinde, die Jesus liebt. Die ihn kennt. Amen. Die alles aufdeckt. Nichts ist so schwer für diese Gemeinde. Halleluja. Und das ist diese Entwicklung. Amen. Und diese Schritte und so weiter. Wir werden mehr und mehr hineingehen. Und ihr werdet sehen, Jesus wird sich freuen darüber. Wir werden uns zusammen freuen. Und viel Leid und Dinge, in denen wir jetzt sind, wird nicht mehr sein. Ist nicht mehr da. Ist nicht mehr da. Wie das Arme in der Kirche. Halleluja. Halleluja. Lasst uns auch still in diesem Gott danken. Korb des Kiribia. Viertel vor zwölf. Halleluja. Crossover. Wir können nachher dann einfach noch Lobpreis machen. Den Herrn Loben preisen. Wir werden hier und da noch einzeln dienen. Opfer. Wir nehmen ein Opfer ein. Halleluja. Dankeschön. Halleluja. Halleluja. Weil wir hier waren. Wir sind in diese geistlichen Räume reingegangen. Halleluja. 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 Über die Saat. Das Blut Jesu. Über die Saat. Deine Saat. Ist wie im Himmel hineingeworfen. Der diese Dinge, die Gott heute gesagt hat, öffnen wird. Dein Geld ist wie ein Schlüssel. Im Herzen Gottes. Wie ein Schlüssel. Wie ein Schlüssel. Für Geld bringen Leute Menschen um. Geld ist auch im Auge Gottes wichtig. Halleluja. Gott sieht, was du tust. Halleluja. Amen. Gott freut sich über dich. Gott sieht die Dinge. Amen. Geld wird aufgeschlossen. Ich bin heute nicht hingekommen, das dir zu zeigen vom Wort. Mein Gott macht mich reich. Mein Gott macht mich reich. Crossover. Durchbruch, Durchbruch, Durchbruch. 1.1.2020. Durchbruch, Durchbruch, Durchbruch. Jede Teufel wird rausgeworfen. Ich hieß zum Namen. Rakatoshikiribia. Halleluja. Bete in den Zungen. Bete in den Zungen. Gib dich Gott hin. Sag Gott ja. Gib mir mehr Hunger und Durst. Gib mir Hunger und Durst für die Augen, für die Ohren. Daran zu glauben. Gib mir Hunger und Durst. Zu hören, zu sehen, zu sprechen. Du sprichst und es wird. Du sprichst zu den toten Gebeinen. Wie Ezekiel. Und diese toten Gebeine werden lebendig. Werden lebendig. Du sprichst nur ein paar Sätze. Du berührst einen nur mit dem Finger. Halleluja. 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 Geh rein. Geh rein. Geh rein. Geh rein. Dein Leben wird heute verändert. Dein und mein Leben wird verändert. 2020. Halleluja. Crossover. Wir wechseln heute über in das Übernatürliche. Raus aus dem Natürlichen. Raus aus Angst. Aus Stress. Aus Sorgen. Aus Kummer. Aus Leid. Aus Krankheit. Aus Schmerz. Raus. Raus. Raus da. Armut. Armutsgeister wurden vorhin auch weggeworfen. Engel, Engel. Raus. 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 Einsamkeit. Raus. Misserfolg. Da, wo du drinsteckst, es hat nie geklappt. Geh da heute raus. Geh raus. Die letzten 14 Minuten. Geh raus. Geh raus. Dein Crossover wechseln über. Supernatural. Übernatürlich. 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 Geh raus. 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 Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus für ein neues Jahr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, danke, danke. Halleluja. Danke, danke. Alles geht schneller, schneller. Alles geht schneller. Halleluja. Geschwindigkeit. Geschwindigkeit Gottes. Geschwindigkeit Gottes. Geschwindigkeit. Die Feuerwagen Gottes in unserer Mitte. Die Feuerwagen Gottes. Die Feuerwagen Gottes. Die Pferde Gottes. Die Pferde Gottes in unserer Mitte. Die Pferde, dass wir auf den Pferden reiten. Dass wir auf den Pferden reiten. Mit der göttlichen Geschwindigkeit. Mit den göttlichen Pferden reiten wir. Amen. Wir reiten hinein. Wir reiten hinein. In unsere Bestimmung. In Erweckung. Wir reiten hinein. In das vorbereitete Land. Wir reiten hinein. Wir nehmen ein. Wir nehmen ein. Wir nehmen ein. Was der Herr uns zugesprochen hat. Wir nehmen ein. Wir nehmen unseren Besitz in Besitz. Wir nehmen unseren Besitz in Besitz. Dieses Jahr werden wir sehen, dass unsere Gebete erhört werden. Amen. Wir werden es sehen. Wir werden es schmecken. Wir werden es schmecken. Wir werden es schmecken, dass der Herr gut ist. Wir werden es schmecken, dass der Herr gut ist zu unserem Leben. Wir werden erleben, seine Hilfe erleben. Wir werden seine wunderbare Liebe erleben. Erleben. Erleben! Ja! Halleluja! 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 Wir werden schwanger gehen mit Worten, die du uns gibst. Wir werden schwanger gehen. Wir werden befruchtet, befruchtet mit dem Wort Gottes, befruchtet mit dem lebendigen Wort Gottes. Wir werden schwanger gehen, schwanger sein mit dem Wort Gottes, schwanger sein und es zur Geburt bringen, es zur Geburt bringen, das Wort Gottes. Wir gebären es! Wir gebären das Wort Gottes! Halleluja! Halleluja! Der Herr vermag alles zu tun. Er bringt das Wort in uns, in die Bewegung. Er bringt das Wort in uns, in seine Bewegung. Er bringt das Wort in uns, in Erfüllung! 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 Erfüllung, Erfüllung, 2020 Erfüllung, 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 das Wort erfüllt sich in meinem Leben, das Wort erfüllt sich in meinem Leben, in meinem Haus, in meinem Körper, in meiner Seele, in meinen Gedanken. Das Wort erfüllt sich! Das Wort erfüllt sich! Das Wort erfüllt sich! Das Wort erfüllt sich! Amen! 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 Halleluja! Wir danken dir, Vater, für Fruchtbarkeit. Wir danken dir für geistliche Fruchtbarkeit. Zur richtigen Zeit kommt das Wort hervor. Zur richtigen Zeit, wenn es reif ist, kommt es hervor. Danke, danke. Danke für Fruchtbarkeit. Fruchtbarkeit. Geistliche Fruchtbarkeit. 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 Und Kinder werden gezeugt. Geistliche Kinder werden gezeugt. Geistliche Kinder werden gezeugt. Geistliche Kinder werden gezeugt. Und geboren. 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 Geistliche Kinder werden geboren. Geboren. In Europa. Überall. In Europa. In Österreich. In Deutschland. Überall. Geistliche Kinder werden geboren. Halleluja. Halleluja. Und wir nehmen das Erbe an, das Reinhard Bonke hinterlassen hat. Wir nehmen das Erbe an für unser Leben. Wir nehmen es an, was er hinterlassen hat. Auch er hat uns die Hände aufgelegt. Er hat uns gesegnet. Er hat uns gesegnet. Und wir danken dir, Vater, für den Segen, der durch Reinhard Bonke gekommen ist. Und wir nehmen diesen Segen an, der durch ihn geflossen ist. Und er ist jetzt in der Wolke der Zeugen. Aber wir sind Zeugen hier auf der Erde. Wir sind Zeugen hier auf der Erde. Wir sind Zeugen hier auf der Erde. Amen. Amen. Wir haben Zeugniskraft. Zeugniskraft ist in uns. Zeugniskraft. Und wir danken dir, Vater. Das Wort wirst du bestätigen durch Zeichen und Wunder. Es wird uns folgen. Es wird der Botschaft folgen. Und wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir haben das Wort in unserem Mund. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Und wir verbreiten dein Evangelium. Wir sind Evangeliumsträger. Amen. Wir sind Evangeliumsträger. Halleluja. Wir sind Evangeliumsträger. Halleluja. Wir sind Evangeliumsträger. Halleluja. Halleluja. Feuer ist in unserem Mund, Feuer, Feuer ist in unserem Mund, Feuer, Feuer in unserem Mund, Feuer, Feuer in unserem Mund, Feuer, Feuer in unserem Mund, Feuer, Halleluja, Halleluja, Feuer, Feuer in meinem Mund, Feuer, Feuer in meinem Mund, Feuer, Feuer, die Kraft des Evangeliums, die Kraft des Evangeliums, die frohe Botschaft in mir, die Kraft des Evangeliums, Die Kraft der Erweckung, die Kraft der Zeugung, die Kraft der Erweckung, die Kraft der Frohenbotschaft, die Kraft des Evangeliums, die Kraft des Evangeliums ist in mir, die Kraft des Evangeliums. Amen. 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 Und wir danken dir für Kühnheit, für großen Glauben. Wir danken dir, Vater, dass wir nicht mehr länger schweigen. Wir brechen jedes Schweigen. Wir brechen es in dem Namen Jesus Christus. Wir brechen jedes Schweigen. Wir brechen jedes Schweigen. Wir brechen jedes Schweigen. In dem Namen Jesus Christus. Wir brechen jedes Schweigen. Sei gebrochen. Sei gebrochen. Sei gebrochen. Schweigen in meinem Leben, wo ich feige bin, wo ich zurückhalte, wo ich zu lange überlege. Sei gebrochen. Sei gebrochen. Sei gebrochen. Jede Angst, sei gebrochen. Jede Angst. Sei gebrochen. Menschenfurcht sei gebrochen! Menschenfurcht sei gebrochen! Menschenfurcht sei gebrochen! Seid gebrochen! Menschenfurcht sei gebrochen! Seid gebrochen! Seid gebrochen! Menschenfurcht in Jesu Namen! In Jesu Namen! Halleluja! Halleluja! 2.200 Mödefeld, ein Massen, Herrlichkeit, Visionen und Träume, Beine, die nie mehr macht werden, über Hügelsprüchele, Rakatosche, Kedebea, ein Mund, 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 Salbung in deinen Mund, 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 Mund! Kaffee! Schöne, 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 Schöne. Schöne, Schöne, Schöne. Schöne, 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 Schöne. Schöne, 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 Schöne. 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 Schöne, 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 Schöne. Schöne, 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 Schöne. Schöne, 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 Schöne. Schöne, 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 Schöne. Schöne, 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 Schöne. Was war es ein Kind? Du, Mama? Du, Mama? Sie haben es ein Kind. 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 Amen. Sie haben es ein Kind. Nein, noch mehr. Aber, Raffel. Sie haben es ein Kind. I induzug mniej. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Du bist ein neues Jahrzehnt. 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 Alleluja, du bist ein neues Jahrzehnt. Denn er zerbringt. Und er zerbrach, das werde ich laut rufen, und aus der Gewalt, und er zerbringt. 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 als alle Züge. Oh, Halleluja! Halleluja! Dank dem Herrn, er ist für dich und seine Gnade bleibt für alle Zeit. Das werde ich laut rufen, weil der Herr mich erlöst hat und aus der Gewalt der Unterdrück haben befreit. Halleluja! Dank dem Herrn, er ist für dich und seine Gnade bleibt in Ewigkeit, in Ewigkeit. Das werde ich laut rufen, weil der Herr mich erlöst hat und aus der Gewalt der Unterdrück haben befreit. Halleluja! Dank dem Herrn, er ist für dich und seine Gnade bleibt für alle Zeit. Das werde ich laut rufen, weil der Herr mich erlöst hat und aus der Gewalt der Unterdrück haben befreit. Halleluja! Halleluja! Dank dem Herrn, er ist für dich und seine Gnade bleibt für alle Zeit. Halleluja! Das werde ich laut rufen, weil der Herr mich erlöst hat und aus der Gewalt der Unterdrück der Unterdrück der Unterdrück erlöst hat. Und aus der Gewalt der Unterdrück 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 Tore der Gerechtigkeit Halleluja! Tore der Gerechtigkeit 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 Tore der Gerechtigkeit! 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 Das werde ich laut rufen, weil der Herr mich erlöst hat und aus der Gewalt der Unterdrücker befreit. Halleluja, dank dem Herrn, denn er ist gültig und seine Gnade bleibt für Ewigkeit. Das werde ich laut rufen, weil der Herr mich erlöst hat und aus der Gewalt der Unterdrücker befreit. Halleluja, dank dem Herrn, denn er ist gültig und seine Gnade bleibt für Ewigkeit. Halleluja, dank dem Herrn, denn er ist gültig und seine Gnade bleibt für Ewigkeit. Das werde ich laut rufen, weil der Herr mich erlöst hat und aus der Gewalt der Unterdrücker befreit. Halleluja, dank dem Herrn, denn er ist gültig und seine Gnade bleibt für Ewigkeit. Das werde ich laut rufen, weil der Herr mich erlöst hat und aus der Gewalt der Unterdrücker befreit. Halleluja, 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 halleluja. Halleluja, mit dem Leib weltweit, mit dem Leib, Christi weltweit. Halleluja, 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 halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja Lass die Erde erfüllt sein mit dem Schall seines Ruhmes Lass die Erdkreis ertönen, erweben mit Preis und Dank Oh, mit dem Lob, mit dem Lob seines Namens Lass die Erde voll sein, lass die Erde voll sein Mit dem Lob, mit dem Lob seines Namens Mit dem Leib weltweit, mit dem Leib weltweit, mit dem Leib weltweit, Halleluja Halleluja, Halleluja, Halleluja Sing ein bisschen lauter, sing ein bisschen lauter, Halleluja singen ein bisschen lauter Halleluja, 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 Halleluja Halleluja, 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 Halleluja Halleluja, 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 Halleluja Halleluja, 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 Halleluja Halleluja. 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 mit dem Leib Weltweit Halleluja 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 mit dem Leib Weltweit Halleluja 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 mit dem Leib Weltweit Halleluja 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 Mit dem Leibweltweit, mit dem Leibweltweit Lass die Erde trönen, mit Lohreis, Lohreis, Weltweit Mit dem Leibweltweit, lass die Erde beben Mit Lohreis und Erde Halleluja! 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 Halleluja, 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 Halleluja. 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 Alleluia, 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 Alleluia Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, 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 Aleluia. Ich nähre mich an aus deiner Kraft. Ich nähre mich an. Angesicht zu Angesicht. Angesicht zu Angesicht. Mit dem Vater auf dem Thron. Angesicht von Angesicht. Alleluia, 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 Alleluia. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja 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 Ich gehe in den Raum von Halleluja Halleluja Ich gehe in den Raum von Halleluja. Halleluja, preis sei Gott. Halleluja, preis sei Gott. Halleluja Hallel, 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 Hall Hallo, Hallal, Hallal. In den Raum von Hallel. Halleluja, Hallal. Halleluja, Hallal. Halleluja, Hallal. Halleluja, 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 Halleluja Schmecken Halal Halleluja Hallel Hallel Halleluja 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 Da ist der Weg. Halleluja. 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 Feuer, Wasser, Naum, Naum. Feuer, Wasser, Naum, 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 Rauchdampf, 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 vor deinem Thron, die Atmosphäre Gottes, der heilige Geist, Wie Rauchdampf, wie Rauchdampf, wie Rauchdampf, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja. vom Ton, ich erkanne dich vom Ton, ich erkanne dich vom Ton. Halleluja, 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 Halleluja. 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 Heile. Halleluja. Heile. Halleluja. Grösse Herrlichkeit. Halleluja. Grösse Herrlichkeit. Halleluja. Heilig. Halleluja. Heilig. Halleluja. Grösse Herrlichkeit. Halleluja. Grösse Herrlichkeit. Halleluja. Halleluja. Grösse Herrlichkeit. Alleluja, 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 Alleluja. Alleluja, 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 Alleluja. Alleluja, 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 Alleluja. 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 Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Untertitelung. BR 2018 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 Noch mehr Hunger und Durst, noch mehr Hunger und Durst, noch viel, noch mehr Hunger und Durst, noch viel. Noch mehr Hunger und Durst, 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 noch mehr Hunger und Durst Noch mehr Hunger und Durst nach dir, noch mehr Hunger und Durst nach dir, Herr, gib mir mehr. Noch mehr Hunger und Durst nach dir, 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 noch mehr Hunger und Durst nach Untertitelung des ZDF, 2020 Amen. Wir haben Gott. Wir haben Gott. Wir haben Gott. Wir haben Gott. Hallo. Hallo. Good morning. Danke, Jesus. Halleluja! Good morning! 2019, ja, jetzt sind wir 2020, sehr viel passiert in meinem Leben. Ihr wart einmal beim Essen, am Abendessen in Bad Endorf. Und da war ich mit einer Bekannten und der erste Eindruck von Dieter... ... ... ... ... ... ... ... ... ...